Jetzt sind wir gekommen bei der echten Red Pill. Ich habe schon so oft gesagt, dass die Rechten hier nicht Red Pill sind. Sie halten sich für Red Pill, aber sie sind nicht Red Pill. Das ist die echte Red Pill. Schluck diesen. Ich weiß, das ist eine riesengroße Red Pill. So, bis jetzt habt ihr die Red Pill als Zäpfchen verwendet, aber schluck die mal. Dann siehst du, was wirklich abgeht. Und dann, dann reden wir nochmal. Ich habe auf Clowny reagiert. Und Clowny hätte auf mich zurück reagieren können, aber statt dass Clowny auf mich zurück reagiert, musste er sich Caspar als Verstärkung holen. Und Caspar hat sich dann Clowny geholt. Weil Caspar ist irgendwie so, so verstehe ich das hier. Caspar ist so der Debate-Bro von denen. Und der kommt, wenn man nicht mehr weiter weiß und keine Argumente hat, dann kommt Caspar. Und streut dann einfach so Strom hin nachherum, damit einfach was weitergeht. Und ich habe dieses Ding schon angeschaut, damals, wo es live war. Ich habe es nicht ganz gesehen. Ich habe es nur bis zu einem gewissen Grad gesehen. Und ich muss sagen, das war das Traurigste, was ich je gesehen habe, weil die Maske ist vollkommen runtergegangen. Der Caspar hat richtig gezeigt, wo er steht, nämlich Clowny auch. Nämlich, dass sie auf der Seite der Eliten sind, dass sie nicht der Widerstand sind, dass sie nicht die Opposition sind, dass sie nicht in irgendeiner Form relevanten Gegenwehr bieten oder irgendwas, sondern dass sie eigentlich in Wirklichkeit voll auf Linie sind mit dem aktuell herrschenden System und mit den aktuell herrschenden Normen. Also sie wollen daran nichts ändern, ganz im Gegenteil. Sie finden das ganz cool. Und ich werde hier an der Stelle jetzt versuchen, ihnen zu helfen. Das heißt, ich werde nicht an dieser Stelle versuchen, sie zu debunken, wie das normalerweise sonst üblich wäre, sondern ich werde mir wirklich Mühe geben, dass wenn sie sich das anschauen hier, dass sie ein bisschen was begreifen. Und dass sie ein bisschen lernen, wo das Problem ist und dass sie vielleicht meine Position besser verstehen und dass sie vielleicht ein bisschen auch verstehen, was wirklich Opposition bedeutet. Weil das, was sie hier machen, tut es nicht. Ich war richtig geschockt, so schlecht war das und ich habe eigentlich wirklich große Sympathie für beide. Du, ich habe das auch schon gesagt. Ich finde sie auch mittlerweile sympathisch. Ich mag sie auch mittlerweile. Also ich habe sie schon so oft geschaut, ich habe schon so oft über sie gelacht, mit ihnen gelacht und so weiter, dass ich irgendwie eine gewisse Art Verbundenheit, eine menschliche Verbundenheit habe mit ihnen. Auch wenn ich politisch absolut nicht auf einer Linie mit ihnen bin, ganz im Gegenteil. Hat das hier nichts Persönliches. Das hat hier nichts Persönliches. Ich habe nichts gegen Kaspar oder so. Ich sage das immer wieder. Ich würde sehr gerne mal mit ihm, privat, abseits von jedem, diesem Politik-Scheiß, einfach mal ein Bier trinken und einfach mal Spaß haben und einfach chillen und so. Und ich denke, wir hätten sicher Spaß miteinander. Ich glaube, es wäre cool. Wir mögen dich auch. Ja, du, es hat nichts damit zu tun. Es ist einfach, inhaltlich habe ich ein Problem damit, genauso wie es inhaltlich ein Problem ist. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass sie irgendwie jetzt persönlich was gegen mich haben. Absolut nicht. Aber inhaltlich habe ich ein Problem. Und ich will ihnen helfen, weil ich glaube, wenn sie das verstehen würden, was ich zu sagen habe, wenn ich es schaffe, dass sie das verstehen, dann könnten wir wirklich eine Opposition machen. Dann könnten wir wirklich, weil man stelle sich vor, wenn diese Leute verstehen, was wirklich läuft, was für eine Opposition wir hinbekommen könnten. Also, sie checken es leider nicht. Ich werde jetzt versuchen, es ihnen zu erklären. Ich gebe mir größte Mühe. Bin good faith as I can. Das muss man sich mal überlegen. Wenn ich irgendwie in irgendeiner Form die Elite wäre, also Kapitalist, wenn ich einfach so viel zu sagen hätte in dieser ganzen Nummer hier. So. Und ich glaube, jetzt kommen wir zu dem Punkt, der relevant ist. Ich so die Menschen von oben herab ficken würde. Und zwar in jeglicher Krise, die es bis jetzt gegeben hat. Sei das Covid oder irgendwas anderes. Ich ficke einfach alle durch. Und von oben. Mach mal Pause. Junge, der Chat. Clownswelt ist eh nur ein Abklatsch von Kasper und Schlomo mit etwas niedrigerem IQ. Oh, Bernad. Das hat Giftalarm geschrieben. Getroffen. Jetzt sag mir, wo ich falsch liege. Wo steht denn das? Ich habe es gerade gar nicht gesehen. Ja, nicht hier. Bei Erwin im Chat steht das. Ach so. Ah, okay. Ja, Gott. Hängt euch nicht darauf auf. Es ist ja, es ist ja, bei euch steht auch irgendein Scheiß über mich. Das ist halt normal. Das ist halt der Chat. Hier sind alle ganz lieb. Wobei die Hälfte der Zuschauer ist wahrscheinlich auch, schaut auch gerade hier zu, die da bei Erwin zugeschaut haben. Ihr könnt ihn einfach bei euch bennen, vorsorglich. Und dann habt ihr das erledigt. Ja. Prallt an mir ab. Ist ja in Ordnung. Vielleicht bin ich ja wirklich dümmer. Ja, vielleicht auch nicht. Es ist halt auch egal. Die Menschen werden ruhig und unzufrieden. Durch ihre Unzufriedenheit denken sie sich, wir brauchen eine Opposition, wir brauchen eine Alternative. Also meinst du, er kommt jetzt wieder mit Kapitalisten und so weiter. So meinst du, die Kapitalisten sind doch alle woke oder tun zumindest so, als wenn sie es wären. Kapitalisten sind in erster Linie nicht woke, sondern in erster Linie sind sie an Profitmaximierung interessiert, an Kapitalvermehrung interessiert. Das ist ihr allererstes Ziel. Und dafür, um das zu erreichen, würden sie absolut alles machen. Sie würden auch so tun, als wären sie links, als wären sie woke. Sie würden sich als Christen ausgeben oder als Moslems, matter of fact. Oder sie würden sich ausgeben als multikulturell oder sie würden sich ausgeben als Leute, die einfach vollkommene Nationalisten sind und nur dem eigenen Volk dienen wollen. Sie würden absolut alles machen. Hauptsache, sie können ihr Kapital vermehren. Das ist alles, worum es ihnen geht. Sie haben kein anderes Ziel über diesem Ziel. Und sie haben sich tatsächlich auch in zwei Lager gespalten. Nämlich, sie haben einfach gesagt, wenn wir einfach Lockheed goes queer, zum Beispiel, Lockheed Martin, die einfach die Christopher Street Day supporten, wo du dann auch da stehst und dir einfach denkst, hallo, ihr seid ein Rüstungsunternehmen. Die CIA, die einfach plötzlich Regenbogenfahne rein tut. Das meinen die doch nicht ernst. Da muss man ja schon vollkommen verblödet sein, um zu glauben, dass sie das ernst meinen. Nein, sie verwenden das einfach nur. Genauso das Gleiche, wie wenn man glaubt, dass ein Bolsonaro zum Beispiel in Brasilien, dass er so einen auf christlich tut. Und dass er so einen tut auf so, ich bin so ein großer Christ. Come on, einfach wirklich, darauf fällst du rein. Komm schon einfach. Das ist lächerlich. Sie machen sich alles zunütze. Trump genauso, absolut. Denen geht es einfach nur um die Kohle, Kohle, Kohle. Und wenn es für sie mehr Vorteil gibt, dass sie dir erzählen, dass sie vogue sind, dann tun sie das. Und Christen auch gut, ist egal. Hauptsache sie profitieren, im Endeffekt. Rollo hat einen gegiftet, Entschuldigung. Danke, Rollo. Ich hoffe, ich habe dich nicht übersehen. Aber ich habe dich übersehen. Sorry, Entschuldigung. Kapitalisten, die bei Erwin, die hängen sich keine Stolzflagge draußen dran, um Gottes Willen. Doch, würden sie auch machen. Natürlich, selbstverständlich. Ihr seid einfach nur nicht groß genug, dass sie das tun. Aber sie hängen sich halt die konservative Flagge auf und reden da irgendwas von dem eigenen Volk und Nationalität und Christentum und Bibel und Bullshit. Ja, natürlich, selbstverständlich. Absolut. Und Stolzmonat würden sie auch machen. Sie würden sofort darauf einsteigen, wenn es einfach eine Relevanz für sie hätte und sie denken würden, dass sie so mehr Knete machen. Aber jetzt im Moment sehen sie, dass sie im Westen, im Westen, nicht im Osten, im Osten ist das andere Spiel. Im Westen sehen sie, dass sie einfach mehr Knete machen können, indem sie sich einfach dem Wokismus sozusagen anbiedern und einfach sagen, ja, das ist die perfekte Fassade für unser Mindset oder beziehungsweise das versteckt, wer wir in Wirklichkeit sind. Und das ist perfekt für sie. Im Osten ist das anders. Dort ist es perfekt, sich hinter Christentum zu verstecken oder hinter irgendwelchen Traditionen oder irgendeinem Scheiß. Da machen sie das dort anders. Die sind doch alle woke oder tun zumindest, wenn sie es wären. Die Kapitalisten, die bei Erwin, die hängen sich keine Stolzflagge draußen dran, um Gottes Willen, die hängen sich halt eine Pride-Flagge vorne dran. Nein, muss nicht sein. Wie gesagt, schau dir zum Beispiel Trump und den Umkreis. Schau mal, die Kapitalisten unterstützen beide. Sie bezahlen einen Trump genauso wie einen Biden. Weißt du, sie sponsern einfach beide Seiten. Das ist das Spiel und das checkt ihr einfach nicht. Das ist das, was ich die ganze Zeit versuche zu erklären. Sie sponsern einfach beide Seiten, weil es ihnen scheißegal ist, ob am Ende Wokismus oder Konservatismus rauskommt. Am Ende muss mehr Kapital rauskommen. Das ist alles, was zählt. Okay? Scheiß Eingang. Also ich weiß nicht, was das jetzt hier mit irgendwie... Trump wurde nicht gesponsert. Wie sind das Establishment? Ja, ich meine sein... Ja, im Westen sind sie das Establishment, aber es gibt auch ein Gegen-Establishment, das da ist. Ja? Weil du kannst ja nicht einfach nur ein Establishment... Es ist naiv, einfach ein Establishment aufzubauen. Du baust auch gleich das Gegen-Establishment auf. So wie in den USA. Die Demokraten und die Republikaner. Und scheißegal, wen du wählst, wohin das Ding kippt, im Endeffekt werden sie von den gleichen Leuten finanziert. Und gesponsert. Okay? Verstehst du? Und in diesem Sinne gibt es keine Opposition. Ja? Und die Kapitalisten, die gehen zum Kapital. Das ist ihr einziges Ziel. Und dafür würden sie Länder zerstören, Kinder töten mit Bomben und Drohnen. Sie würden vollkommen die gesamte Menschheit vernichten, buchstäblich. Hauptsache Menschen verhungern lassen. Alles Mögliche würden sie tun. Hauptsache sie vermehren ihr Kapital. Okay? Und ja, wenn man das nicht sieht, dann, dann, und das ist, was ich versuche zu erklären. Das ist, wo ich gesagt habe, das checkt ihr nicht. Das seht ihr nicht. Ihr glaubt einfach, dieses Woke ist einfach das Establishment. Das ist es nicht. Das Establishment ist das Kapital. Es verwendet Woke nur als Fassade. Und wer darauf reinfällt, dass es das ist, worum es geht, du hast es nicht verstanden. Du wurdest erfolgreich gebsayobt. Okay? Du wurdest erfolgreich eingenommen. Der Original-Videotitel von seiner Reaction heißt ja ein Clown für die Eliten oder so. Also ich bin hier für die Eliten im Endeffekt eingestanden, indem ich was gegen Wagenknecht sage. Nein, nein, nicht indem du für die Wagenknecht was gesagt hast, sondern indem du den Kapitalismus in höchsten Tönen gelobt hast und dich dafür eingesetzt hast, dass niemand den Kapitalismus regulieren darf. Der Punkt ist aber, Logik sagt, dass wenn du den Kapitalismus nicht regulierst, die einzigen Leute, die verlieren, wir, die normalen Menschen sind. Und die einzigen, die gewinnen, die Konzerne sind. Das ist so. Es wird nicht der mittelständische Unternehmer gewinnen, wenn du die Konzerne walten lässt, wie sie wollen. Es wird nicht der normale Arbeiter dazu gewinnen, wenn du einfach keine Regeln einführst. Regeln brauchst du, um die Schwachen gegen die Starken zu schützen. Und wir sind nicht die Starken. Der mittelständische Unternehmer ist nicht der Starke. Der Arbeiter ist nicht der Starke. Konzerne sind die Starken. Und sie machen, was sie wollen. Und du kannst nichts dagegen machen. Die mediale Elite, es ist nicht die wirtschaftliche Elite, es ist nicht die politische Elite, welche Elite soll das sein, die du repräsentierst? Es geht halt auch nicht. Die kapitalistische Elite, es ist die wirtschaftliche Elite, die ihr supportet. Weil ihr einfach ihre Narrative verbreitet, und das werden wir gleich sehen, eins zu eins, wie ihre Thinktanks sie rausgespinnt haben. Verstehst du? Alles, was einfach da draußen rausgespinnt wurde, habt ihr einfach übernommen, habt euch einfach ins Hirn reingedrückt und jetzt wiederholt ihr, plappert ihr das nach. Und das ist das Problem. Ihr checkt nicht, dass ihr manipuliert wurdet. Du sprichst oder so. Es geht halt auch nicht um Geld. Also Erwin zieht da, so habe ich den Eindruck, immer die Grenze zwischen Gut und Böse, zwischen bekämpfenswert und nicht bekämpfenswert irgendwie beim Kontostand. Also das ist ja leider nicht so eindimensional und so schwarz und weiß. Wir haben ja Eliten, die weitaus mehr Einfluss auf die Leute haben, die halt weitaus weniger verdienen als jetzt der, weiß ich nicht, Chefe von BMW oder so. Wer soll das sein? Wer soll das sein? Welche Eliten haben mehr Einfluss auf Menschen als die Konzerne, Konzerneliten, also sozusagen die Menschen, die Kapitalisten sind, die die meiste Macht haben? Wer hat mehr Macht? Wovon reden wir? Was glaubst du denn, wer die ganzen Wahlkämpfe von den Parteien finanziert? Was glaubst du, wer diejenigen sind, die einfach da draußen die ganzen Parteien sponsern und die ganzen Verordnungen für die Parteien schreiben und die ganzen, wie sagt man, die Vorlagen zu den Abstimmungen liefern und so weiter? Was glaubst du, wer das macht? Was glaubst du denn? Wenn du zum Beispiel einen Habeck siehst, dass er einfach nach Katar fliegt, da nicht Katar, nach Saudi-Arabien, oder war das Katar, wo er da sich gebückt hat, ich glaube das war Saudi-Arabien, wo er da hinfliegt. Und da schaust du dir so einfach die Liste, wer mit ihm da hinfliegt, da hast du einfach das Who is Who der deutschen Wirtschaft in seinem Wirtschaftsberater-Team. Da sitzen die ganzen Konzerne drinnen, von BASF über, ja, such dir einen aus. Da sitzen sie alle drinnen. Und wenn ein Habeck kommt und sagt, wir müssen die Impfstoffe freigeben, das ist sehr wichtig und dann kommen einfach Pharmaunternehmen und sagen zu ihm, nein, ist es nicht. Und er sagt, oh, ich habe darüber nachgedacht, Patentfreiheit ist doch nicht so cool. Nimmt er das auf einmal zurück. Was glaubst du, wer was zu sagen hat? Was redest du? Ihr seid naiv. Ihr seid naiv. Und das, wir reden jetzt nur über nationale Konzerne. Weißt du, welche Macht die internationalen Konzerne haben? Die internationalen Konzerne, die eine Macht ausüben auf die US-Regierung, die dann Druck ausübt auf die deutsche Regierung. Und die dann Druck ausübt, also die US-Regierung und die Wirtschaft aus der USA. Was für einen Druck sie auf die deutsche Wirtschaft ausüben. Weißt du, welche Macht die haben? Von was reden wir hier? So Blackrock, Goldman Sachs, keine Ahnung. Ja, 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 klar, natürlich. Da gibt es genug Konzerne. Die kannst du, Vanguard und selbst Google. Selbst Google oder Bill Gates. Ist ja wurscht. Blackrock verwaltet mehr Vermögen als Europas gesamtes BIP. Ja, genau, das meine ich. Das ist der Einfluss des Kapitals. Und das sind die Leute, die was zu sagen haben. Und ihr wiederholt nach und nach, und das werden wir gleich sehen, wenn ihr mir nicht glaubt, aber sie wiederholen, nach und nach Talking Points, die diesen Leuten helfen. Damit sie noch mehr Macht erlangen und wir all unsere Macht verlieren, die wir noch haben. Okay, wir haben nicht wirklich eine Macht, aber alle zusammen haben wir irgendwie so eine demokratische Macht. Aber sie wollen, dass wir das alles verlieren. Und ihr mit eurem Gerede, wie zum Beispiel Hör auf zu regulieren, macht denen Tür und Tor auf, dazu unsere Demokratie abzuschaffen. Das ist einfach so. Das macht ihr. Und ihr checkt das halt nicht. Ihr seht das halt nicht. Weil ihr euch nie damit beschäftigt habt, wie diese Thinktanks operieren und was sie für Mindfucks rausgeben. Scheiß Kommunismus, ja. Danke, Herr Seller. Das ist ja das Problem auf konservativer Seite. Und das ist ja, was ich hier gerade versuche zu tun. Auf konservativer Seite hast du das Problem, dass du glaubst, dass der Kapitalismus woke ist und du glaubst, dass Kommunismus Sklaverei ist. Und deswegen musst du den Kapitalismus beschützen, aber du willst deinen konservativen Kapitalismus. Und dann checkt man und man ist verwirrt, was das angeht. Man wird da komplett gebrainwashed, aber man glaubt, man ist aufgewacht, weil man ist ja gegen Wokismus. Und Wokismus ist ja schließlich, aber du kämpfst gegen eine Fassade. Es ist das, was hinter der Fassade steckt. Wie zum Beispiel Blackrock, die diesen ESG-Score haben. Wo sie dann sagen, wir wollen, dass ihr alle woke seid. Wir wollen, dass ihr Diversity habt. Wir zwingen euch dazu. Was sagst du, warum sie das machen? Weil sie einfach an, ach so, stimmt, das wird er gleich sagen sogar, glaube ich. Also das sind ja eher andere Leute. Es geht eher um die Macht und den Einfluss. Nicht, dass Geld da schaden würde. Es geht nicht um Geld, es geht um Kapital. Was heißt Macht und Einfluss? Welche politische Partei kann bestehen, ohne dass sie von Privaten gesponsert wird? Die Privaten sponsern die Dings. Schau dir Amerika an. Schau dir das an. In Amerika hast du einfach riesengroße Konzerne, die unterstützen alle Kandidaten. Die unterstützen die Republikaner wie die Demokraten. Die gleichen Leute. Und die bezahlen sie einfach. Egal, wer gewillt, gehört ihnen. Es gibt ja sogar diesen Princeton-Forschung, die gesagt hat, dass Amerika gar keine Demokratie mehr ist, sondern es ist einfach eine Oligarchie. Was sie auch ist, stimmt ja auch. Ist ja keine Frage. Selbstverständlich. Es geht dann doch eher tatsächlich darum, wo man sitzt und da kommt man nicht unbedingt mit Geld hin. Was mich auch so ein bisschen, ich meine... Ja, wie kommst du dorthin, wo du sitzt, außer per Kapital? Na, wie kommst du denn hin? In einer Welt, die Kapitalismus heißt. Kapitalismus. Das heißt, bei Ismus, Islamismus, Kapitalismus, was auch immer Ismus, musst du anschauen, was vor dem Wort Ismus steht. Das ist das Wichtigste in diesem System. Das heißt, wenn du Islamismus hast, das Wichtigste ist Islam. Wenn du Kapitalismus hast, ist das Wichtigste Kapital. Und es ist auch das, was dir zu Macht verhielt. Es ist auch das, was als regulativ in dieser Gesellschaft gilt. Das ist das, was höchstes Prinzip gilt. Das ist das, was sozusagen dir die größte Macht beschert auch auf dieser Ebene. Und ja, ich weiß, von neoliberalen kapitalistischen Thinktanks, Hirngewaschene, werden jetzt sagen, aber wir leben doch gar nicht im Kapitalismus. Doch, wir leben im Kapitalismus. Nur gibt der Kapitalismus nicht gerne zu, dass er das ist, was er hier performt. Sondern er sagt, ach, das sind wir doch gar nicht. Was, wir? Das sind wir doch gar nicht. Das ist der Staat, der böse Staat. Ja, aber wer pusht den Staat, dass der Staat das tut, was er tut? Der Staat selbst, gell? Es gibt keine Kapitalisten im Hintergrund, die einfach alle Parteien finanzieren und pushen und die Verordnung entschreiben. Aber dazu werden wir gleich was sehen. Dann werdet ihr verstehen. Ich zeige euch gleich wirklich eine Red-Pill, die ihr noch nie gesehen habt. Ich zeige euch was ganz Cooles. Erwin hat eine Entwicklung durchgemacht. Er hat zum Beispiel mit Corona, der Ding, da hat er eine Rolle rückwärts gemacht. Und das rechne ich ihm auch hoch an, dass er da auch so ehrlich war und das auch transparent kommuniziert hat. Ich bin ehrlich. Da gab es ja damals diese Hasstirade von ihm, als ich mich da über Covid und die Maßnahmen und so beschwert habe. Und alles, was ich dort gesagt habe in diesem Livestream, sich am Ende als, ich glaube zumindest, bitte korrigieren nicht, wenn ich falsch liege, als hundertprozentig richtig erwiesen hat. Ähnlich mit, jetzt überlege ich gerade, wieso ich das Thema aufmache. Achso, ich erinnere mich auch noch, das ist auch noch zu den Anfangszeiten gewesen, in denen ich auf Erwin reagiert habe. Hat er damals in einem seiner Videos seinen sehr guten, nicht Freund, seinen Lieben. Ich glaube seinen, jetzt Freunde, ich schicke euch zu meinem lieben Hassan Abi. Ein sehr guter Mann. Und der Typ, also du wirst ihn wahrscheinlich kennen, Hassan Paikar, oder bei Twitch heißt er Hassan Abi, wenn ich mich nicht irre, Hassan Paikar mit bürgerlichem Namen. Der Typ ist der Multimillionär. Ja, ja, Frau Wagenknecht geht es auch nicht schlecht, ne? Was schätzt du was? Siehst du, und das ist dieses dumme Gerede. Das ist dieses dumme Gerede. Das ist einfach so, der ist Multimillionär, Frau Wagenknecht ist Millionärin. Was hat das damit mit irgendwas zu tun? Es geht nicht darum, wie viel Geld du hast. Es geht darum, wie viel Kapital du hast. Kapital ist Kapital, Geld ist Geld. Das sind zwei verschiedene Dinge. Wie viele Produktionsmittel hast du? Wie viel Einfluss hast du? Da wird auch bei euch im Chat geschrieben, ihr wollt Kapitalismus, Bill Gates, Soros und Schwab. Das sind Kapitalisten. Ja, das sind alles Kapitalisten. Es gibt auch noch mehr Kapitalisten. Es gibt, keine Ahnung. Ja, den, wie heißt der, Elon Musk, den ihr auch feiert. Er ist auch ein Kapitalist. Hat auch sehr viel Einfluss. Baut da Starlink, mit dem er einfach, äh, 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 na nicht Starlink, sondern dieses Raketenprogramm, der baut das Raketenprogramm, mit dem er einfach innerhalb von einer Stunde alles Mögliche irgendwo auf der Welt hinkarren kann, mit Start und Landung. SpaceX, danke, ja. Der baut da ein System, mit dem er Waffen liefern kann, mit der er im Munition liefern kann, mit der er alles auf der Welt innerhalb einer Stunde liefern kann. Das heißt, wenn die Amerikaner irgendwo Krieg führen gegen, äh, weiß nicht, China oder irgendwen, und dann denken sie sich, scheiße, uns geht hier, wir brauchen jetzt hier Raketen und dies und das und jenes, steigt der mit seinem SpaceX auf, bomb, fliegt hin, landet das Ding dort, gibt ihnen den ganzen Scheiß und ist wieder weg. oder Hilfsgüter oder was auch immer, ja, das, oder Google, Google überwacht schon die ganze Scheißwelt, Google hat Informationen über uns alle, Google hat uns vollkommen transparent gemacht. Äh, das ist das, was interessant ist, ja. Da fragst du mich. Klasper, Klauny und Schlomo wollen Klaus Schwab, das wage ich zu bezweifeln. Wollen sie nicht, aber sie verstehen nicht, dass mit jedem, jeden Aussage, die sie treffen, diesen Leuten nützen. Das ist, was sie nicht checken. Sie reden gegen diese Leute, aber in Wirklichkeit mit ihrem Denken supporten sie diese Leute. Das ist das Problem. Ich weiß, sie hat ja auch Bücher geschrieben, ne? Ach, ein paar Millionen bestimmt, also, ich kann mir das nicht vorstellen. Millionen waren es nicht, es waren 800 irgendwas, 1000 Euro. Ja gut, aber da sagt man ja auch nicht nein. Neben ihrem Gehalt als das, was sie da halt bekommt für den Bundestag und so. Ja, aber das ist wurscht, das spielt keine Rolle hier. Das Erste, was ich machen würde, ist, dass ich einfach mich hinstellen würde und sagen würde, okay, ich baue dir eine Opposition. Jemanden, der weiterhin für mich da ist, für meine Interessen hat. Also das ist für mich alles Next Level Shit, ich verstehe nicht, was man damit sagen würde, aber ich lasse es mal laufen, bis du irgendwie da einhackst oder so, ja? Ja, ja. Siehst du, das ist Next Level Shit für mich. Es ist ganz einfach. Es ist ganz einfach. Die Macht kommt vom Kapital, im Kapitalismus. Von wo sonst, ja? Und ja, wir leben definitiv im Kapitalismus. Macht kommt vom Kapital. Kapital hat die meisten, the money makes the world go around, okay? Wenn ich Firmen besitze, Fabriken besitze, dann bestimme ich die Wirtschaft deines Landes signifikant, ja? Wenn ich 50 Prozent der, Beispiel, wenn ich 50 Prozent der Energieversorgung eines Landes leiste und liefere, dann hängt das Land von mir ab. Wenn ich sage, ich liefere dir jetzt nicht mehr, geht dein Land in den Arsch. Das heißt, wenn ein Politiker zu mir kommt und einfach sagt, pass auf, wir regulieren jetzt etwas oder wir wollen was gegen dich machen oder jenes, hat er ein Problem. Weil ich habe sehr viel Macht. Ich kann eher dem Politiker sagen, was er tun soll, weil ich sage, du hast einen Aufstand in drei Tagen, weil ich drehe dir einen Strom ab. Okay? Systemrelevanz. Genau. Das heißt, es gibt, das ist jetzt irgendein Hausnummerbeispiel, aber der Punkt ist, die haben sehr viel Macht, weil sie einfach das gesamte Land versorgen. Und durch diese Macht können sie sehr viel sagen, was sie von der Politik haben wollen. plus braucht die Politik, um laufen zu können in dieser Welt, die kapitalistisch ist, wo alles etwas kostet, brauchen sie Geld, um eine Kampagne zu machen, um Werbung für deine Partei zu machen, um Medien zu bezahlen, dass sie das Richtige über dich schreiben. Du brauchst Geld. Damit du Geld hast, muss dir jemand dieses Geld geben. Und dieses Geld kann dir nur ein Unternehmer geben. Wer soll dir sonst dieses Geld geben? Wo soll das herkommen? Und dieser Unternehmer gibt dir aber nicht das Geld und schenkt es dir, sondern er will was von dir dafür. Er steht da und sagt, ich gebe dir dieses Geld, aber dafür wirst du für mich dieses und jenes umsetzen. Und wenn du nicht mitspielst, vielleicht, es gibt ja Arbeitgeberverbände, es gibt ja Kapitalistenverbände, es gibt ja kapitalistische Thinktanks auf der ganzen Welt, sie sind ja verbunden in ihren Interessen und kämpfen absichtlich gegen uns hier unten und wollen uns einfach unterdrücken, was sie auch tun, erfolgreich. Und sie tun sich zusammen. Und wenn du dir anschaust, wie sie operieren, dann siehst du, dass sie einfach verbunden sind mit Medien. Das heißt, sobald du dich traust, dich hinzustellen, dass du sagst, hey, ihr scheiß reichen Wichser, ihr scheiß Kapitalisten, hin und her, machen sie einfach mit ihren Medien dich platt. Plötzlich hast du irgendeinen Sexskandal am Hals, plötzlich bist du pädophil, plötzlich bist du, keine Ahnung, man wird sich schon was aus dem Arsch ziehen, macht dir keine Sorgen. Schau dir ja zum Beispiel an, was sie mit dem Julian Assange gemacht haben oder schau dir einfach an, was sie mit anderen Leuten gemacht haben, wo sie dann einfach ins Land reingegangen sind und die einfach abgeknallt haben alle. Und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt eine sehr, sehr hohe Machtkonzentration, die sehr viel Einfluss auf die Demokratie hat, leider. Das ist das scheiß Problem. Politiker werden zuallererst von unseren Steuern finanziert. Du, Bruder, erstens werden sie vom Budget finanziert, Punkt eins. Und Punkt zwei, das, was sie da bekommen, das sind Peanuts im Vergleich dazu, was sie bekommen von der Industrie. Und deswegen stehen sie mehr auf der Seite der Industrie als auf unserer. Ja, und der Punkt ist, wenn du jetzt so viel Macht hast, wenn du jetzt, siehst du Steuern sind Raub zum Beispiel, sagst du, du wiederholst zum Beispiel jetzt einen Satz, den die Eliten-Thinktanks, die kapitalistischen Thinktanks rausgeblasen haben und du nützt ihnen damit. Du weißt das nicht. Du möchtest dich steuerlich erleichtern, was ich nachvollziehen kann, aber in Wirklichkeit stehst du auf der Seite von den Eliten, die dich dafür versklaven werden, dass du Steuern sind Raub sagst. Das wird im Endeffekt dazu führen, dass sie dich versklaven werden. Das ist kein Witz. Ich meine das 100% ernst. Aber das muss man mal verstehen. Weil das sind ihre Sprüche. Kapitalisten bauen eine Scheinopposition auf. Genau. Das heißt, wenn in ihrem Interesse ist, dass sie Demokratien zersetzen und dass sie uns, unsere demokratische Macht, wegnehmen und da permanent angreifen und die ganze Zeit einen Ding nach dem anderen knicken, also Politiker kaufen, Korruption vorantreiben, Verordnungen schreiben, Leute immer ärmer machen, Sozialstaat schrumpfen oder abschaffen und so weiter, wird es dadurch einen Widerstand in der Bevölkerung geben. Die Bevölkerung wird sagen, wir müssen gegen euch gehen. Wir lassen uns das nicht mehr gefallen, das, was gerade jetzt in Deutschland passiert. Nach 40, 50 Jahren neoliberaler Reformen. Und dann ist es doch nützlich, sie sind ja nicht dumm, dann ist es doch nützlich, dass du eine Opposition parat hast, dass du eine Opposition parat hast, die dir automatisch einfach anbietet und all diese Leute einfängt, die sich da wehren dagegen, dass man fertig gemacht wird. Und dann gehen alle in die Pseudo-Opposition. Das ist alles, was ich sage. Da gibt es nicht so viel zu verstehen. Wenn du mal verstehst, dass die Macht um Kapital kommt, ist es ganz einfach, das zu verstehen, dass es eine Pseudo-Opposition gibt. Kapitalisten können mich nicht versklaven, das kann nur der Staat. Bruder, du hast keine Ahnung. Der Staat schützt dich im Endeffekt im Moment vor der Sklaverei. Wenn der Staat nicht da wäre, würden die Konzerne buchstäblich dich als ein Gut besitzen. Sie würden dich als Gut besitzen, praktisch. Sie würden dich und deine Kinder kaufen oder sie würden dich nicht mal kaufen, sie würden dich besitzen. Weil du einfach in ihrem Privatstaat lebst. Aber gut. Arbeitet, euch weiter von oben fickt, aber euch sozusagen das vorsetzt als Opposition. Das ist das Erste, was ich machen würde. Und dafür ist die AfD perfekt. Weil wenn du dir die AfD anschaust und die Mitglieder der AfD, wer die AfD gegründet hat, wer jetzt noch im Vorstand sitzt, wie zum Beispiel Alice Weidrich, das sind Leute, die bei der Montpeleron Society waren. Oh mein Gott, was ist denn das überhaupt? Ich kenne das gar nicht. Was ist denn die Montpeleron Society? So, und das ist jetzt das Wichtigste, was man hier haben kann. Was ist die Montpeleron Society? Wenn du die Montpeleron Society, und das geht dann die Linken raus, weil sehr viele Linke verstehen das auch nicht. Die wissen nicht, was die Montpeleron Society ist. All das, was ihr praktisch sagt, was die WEF ist. WEF ist eine kleine Nummer im Vergleich zur Montpeleron Society. All das, was ihr sagt, was Kulturmarxismus ist. All das, was ihr Clownswelt nennt. Alle diese Sachen kommen von der Montpeleron Society. Die Montpeleron Society ist der allergrößte Zusammenschluss der Kapitalisten in ihrem Zusammenhalt gegen uns. Es ist einfach das größte Netzwerk auf dieser Welt und sie sind in absolut allen Regierungen, sie sind absolut in allem drinnen. Dieses WE penetrate the cabinets, was der Klaus Schwab sagt, es ist eine kleine Nummer. Die Kabinette sind schon lange, lange penetriert von der Montpeleron Society. Ja, schon lange ist alles penetriert. Diese Leute der Montpeleron Society, die sind für die Politik von den Grünen, von der SPD, von CDU, von allen verantwortlich. Es gibt keine Partei, die nicht nach ihren Vorgaben tanzt. So einfach ist das. Und die WEF, ich weiß ja nicht, von wem die WEF gegründet wurde, okay, von Kapitalisten, das ist ganz klar. Es sind Kapitalisten, die das Forum gegründet haben, die das Geld bereitgestellt haben für die Gründung für Klaus Schwab. Ja, ja, Schwab, aber wer hat Schwab bezahlt dafür oder ihm das ermöglicht? Da stehen wieder Kapitalisten dahinter und die ihre Interessen halt haben, des Klassenkampfs gegen uns. Und das Interessante an dieser ganzen Geschichte ist, man weiß halt nicht, wer sie ist. Und man weiß auch bis zu einem gewissen Grad auch nicht, wer die Mitglieder der Montpeleron Society sind. Das heißt, es kann durchaus sein, dass der WEF mitsamt seiner Dings einfach nur ein weiterer Arm der Montpeleron Society ist. Und das würde mich keine Sekunde wundern. Wenn ich das hören würde, würde ich einfach sagen, klar, natürlich ist er das. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es das ist. Aber, ja, das ist more than obvious. Ja, aber ich zeige euch gleich, was die Montpeleron Society ist, weil sie glauben das nicht. Schauen wir nur noch kurz rein, dann zeige ich sie euch. Dem Wunder von Erwin und jetzt ein aufschlussreiches Video von ihm, bitte. Dann können wir ja auch über das WEF reden. Wer da mal drin saß, lieber Erwin. Das können wir ja auch machen. Ja, WEF soll kritisiert werden, muss kritisiert werden. Aber ihr kennt nur das WEF, weil ihr das WEF kennen sollt. Warum ist das WEF in der Öffentlichkeit? Warum sind Bilderberger nicht in der Öffentlichkeit? Warum ist Montpeleron Society nicht in der Öffentlichkeit? Warum macht die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft diese ganzen Geschichten, die sie macht und ist aber nicht in der Öffentlichkeit? Ja, die meisten von euch kennen sie ja überhaupt nicht. und ihr übernehmt die ganze Geschichte von ihnen, ohne es überhaupt zu merken. Und die WEF ist einfach nur ein, wie nennt man das, so ein Bauern-Ding, das man einfach hingehaut hat. Ja, auf das ihr alle aufgesprungen seid, aber ihr seht so, es ist einfach so, als hättet ihr euch auf den Rüssel des Elefanten gestürzt und ihr seht aber nicht den ganzen Körper und den fetten Arsch. Das ist so ein bisschen das, was ich versuche zu erklären, aber ich komme gleich dazu. Ja, also WDR, du brauchst gar nicht, der WEF reicht aus. Also Baerbock war dabei, das mit Habeck, ist der auch ein Young Loblier, ich weiß nicht ganz genau, Justin Trudeau ist ein... WEF reicht nicht aus. WEF ist eine kleine Nummer im Vergleich zu der Montpeleron Society. Die Montpeleron Society hat die gesamte Politik dieser Welt bestimmt der letzten 50 Jahre. Okay? Die letzten 50 Jahre, seit den 80ern, ja, na gut, es sind nicht 50, es sind 43, seit den 80ern, von Reagan über Margaret Thatcher in Britannien, seit da fährt man alles, was die Montpeleron Society will, dass man fährt. Man fährt die ganze Zeit einfach ihre Ideologie und ihre Ideen. So einfach ist das. Und die kennt ihr nicht. Ihr habt das einfach noch nicht einmal mitbekommen. Es ist euch nicht einmal aufgefallen. Ihr kennt nicht einmal dieses Problem. Ihr kämpft hier gegen Klaus Schwab. Vergiss Klaus Schwab. Klaus Schwab ist eine kleine Nummer, die euch irgendwo da oben erzählt, was er vorhat. Reagan war doch based, Bro, das, was ihr heute Clownswelt nennt, das, was ihr das beste Deutschland aller Zeiten nennt, das ist, was Reagan gemacht hat. Das musst du mal checken. Das musst du mal verstehen, wie das zusammenhängt. Das ist die Politik von Reagan, hat das verursacht, was euch heute alles stört. Diese ganze Migrationsbewegung, diese ganze Geschichte, dieser ganze Abbau von Kultur, von Sozialstaat, der Möglichkeit, dass Deutsche sich eine Familie leisten können und so weiter. Dafür ist alt, diese Leute sind dafür verantwortlich. Das kommt nicht aus dem Zufall heraus. Das wurde von langer, 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 langer Hand geplant. Du musst dir das anschauen. Sie haben sich gegründet 1938 und haben dann, da war der August Friedrich von Hayek dabei, Milton Friedman war dabei, Karl Popper war dabei, keine Ahnung, da waren einige Leute dabei. Ludwig Erhard war dann auch später dabei und so. Und die haben sich überlegt, wie sie die Zukunft gestalten können, dass sie dem Arbeiter alle Macht wegnehmen, dass sie die Demokratie vollkommen runter reduzieren, dass sie das runter reduzieren, die gesamte Macht des Volkes und dass sie die ganze Macht den Konzernen in die Hand geben. Und das, was wir heute als Welt kennen, das, was wir heute als unsere normale Society kennen, mit all ihren Fehlern ist gewollt. All das ist beschrieben vor langer Zeit. Der ganze Agenda 2010, Agenda 2030, you will own nothing and you will be happy, das ist doch alles schon lange geplant und besprochen. Das ist doch schon viel zu lange geschrieben worden in ihren Büchern und das ist genau das, worum es geht. Das geht schon klasse nach Verschwörungstheorie. Es ist die größte Verschwörungspraxis, die mir persönlich bekannt ist. Eine Gesellschaft besteht aus dem Nix um die 80er Jahre, nein, von 38, 47 wurde die Montpellier House Society gegründet und entscheiden über alle alten Zirkel hinweg, ja, nee, schon klar. Ja, ja, schaust dir an. Ja, absolut. Genau das ist passiert. Und zwar, wie haben sie das gemacht? Das zeige ich euch gleich. Young Global Leader, der Typ, der aktuell Vereinigte Königreich regiert ist. Young Global Leader, die Tussi, die, ich glaube, ihren Posten räumen musste in... Und diese Young Global Leader vertreten doch nur die Ideologie der Montpellier House Society. Die haben doch keine eigene Ideologie. Die Montpellier House Society ist so, das ist so, wie wenn du, keine Ahnung, sagen würdest, die Muslimbrüder haben viel Macht, aber dann nicht verstehst, dass der Islam sozusagen die Grundlage ist von irgendwelchen Leuten, die dann später den Islam dafür verwenden, um Macht zu haben. Genau so haben die Montpellier House Society die Grundlage gelegt für diese Überlegung, was man machen muss und wie man mit Demokratien umgehen muss und wie man die Konzerne stärken muss und die Kräfte der Privatunternehmer. Und die, die das dann verwenden, wie die Young Global Leader, das sind alles kleine Nummern. Die verwenden doch nur die Ideologien, die vorher zusammengesponnen wurden. für jede Macht, ja. Das ist das, ja, das muss man verstehen, ja. Aber gut, ich helfe euch, das zu verstehen. Sehr gerne sogar. Dafür bin ich da, ja. Happy Pens, danke für den Elften. Danke für die Unterstützung. Happy Pens, vielen Dank. Danke, Rollo, für noch einen Gegifteten. Dankeschön. So, ja, weiter geht's. Seeland oder Australien, ich glaube Neuseeland war es. Die ist ein Young Global Leader, also die Sache ist die, was auch immer diese Montpellier House Society. Young Global Leader ist, heißt sie wurden von Leuten ausgebildet, aber in welcher Ideologie wurden sie ausgebildet? Welche Ideologie vertreten die Young Global Leader? Die vertreten die Ideologie der Montpellier House Society, den Neoliberalismus, ja. Jeder einzelne von ihnen. Die Marktfreiheit, der Marktfreiheit, der Marktliberalismus, alle. ... oder so, die stecken alle mit drin, zeig mir das doch wenigstens mal. Also ich höre dich davon ja oft reden. Aber es wird ja eh immer elitäre Kreise unter den Machteliten geben, die sich abseits der Politik organisieren. Das wird immer so sein, ob das jetzt Frau Wagenknecht oder irgendwelche Leute auf ihrer Seite sind oder halt auf der rechten Seite. Also das ist jetzt noch nicht die große Red Pill. Es klingt ein bisschen so, als wäre der Erwin hier der Meinung, dass die AfD vielleicht diese konstruierte Opposition ist, die in Wirklichkeit nur den Konzern hilft und den kleinen Mann unterbuttert. Ja, ich glaube das nicht. Das ist hundertprozentig so. Es ist jeder fucking Chart, den man sich da draußen anschauen muss, wird dir das beweisen. Schau dir einfach an, wofür sich die AfD einsetzt. Schau dir ihre Wahlprogramme an, dann kennst du dich aus. Natürlich. Jetzt glaube ich gerade verkaufen. Keine Ahnung. Also die Leute, wollen die jetzt halt... Ja, ja, Baerbock hatte auch keine Schwierigkeiten bei Fox News aufzutreten. Die haben die gleiche Ideologie. Sie leben, feiern. Da sieht man ja den Widerspruch. Wir hatten ja schon ML erwähnt hier, dass der Film eine Kritik an Reagan war, hat Carpenter selbst gesagt. Aber liebe Grüße an lecker Pommes. Er ist ein guter. Ja, Reagan ist einfach... Und seine Ideologie, nicht Reagan, aber seine Ideologie und die, die er durchgesetzt hat, ist verantwortlich für das, was sie heute Clownswelt nennen. Aber sie feiern ihn. Das ist Unwissenheit. Das ist die Hirnwäsche, die diese Thinktanks von der Montpellier-Nosser-Seite hinbekommen haben. Weil die ja auch von der Ampel dementsprechend gut durchgenommen werden in letzter Zeit. Mit Wärmepumpe. Höchster Strompreis in den G21-Staaten. Und im Endeffekt, weil du sagst, die Ampel und Wärmepumpe, die Grünen, die AfD, die CDU, die SPD, sogar Teile der Linken, die haben alle die gleiche Ideologie. Donald Trump, Joe Biden, Putin, Xi Jinping sogar zu einem, ne, na wohl, ne, ne, ja. Egal, wohin du gehst praktisch. Die haben alle die gleiche fucking Ideologie. Die folgen alle, im Westen auf jeden Fall, alle der gleichen Ideologie. Ob es Trudeau ist, oder Macron, oder Angela Merkel, oder Alice Weidel, oder es ist egal, sie verfolgen alle die gleiche Ideologie. Und wenn mir jemand sagt, einer von denen ist die Opposition, und ich sage dann, Opposition zu was, wenn sie die gleiche Ideologie verfolgen? Was ist das für eine Opposition? Zu was bist du eine Opposition? Wenn du die gleiche Ideologie hast? So, um in eurer Sprache zu reden, wegen Islamisierung, ja, wenn jetzt einfach, du zwei Islamisten, also einen Islamisten an der Macht hast, und dann kommt ein anderer Islamist und erzählt dir einfach, wie er die Opposition ist. Da würdest du doch auch sagen, was bist du für eine fucking Opposition, du bist doch auch Islamist. Opposition zu was bist du? Na, ich bin die Opposition, weil der möchte dich mit dem Schlapfen schlagen, ich werde dir weiter Islamismus bringen, aber ich will dich nicht mit dem Schlapfen schlagen. Das würdest du ja nicht Opposition nennen. Genauso, wenn ich sage, wenn die einen die gleiche Ideologie haben, wie die anderen, dann kann ich sie nicht Opposition nennen, das ist doch Wahnsinn. Was für scheiß Opposition, in welchem scheiß Punkt sind sie eine Opposition? Wenn sie der gleichen Ideologie folgen, und die gleichen Maximen haben. Mit den Ideologieprojekten, wie der Energiewende, mit der Sanktionspolitik, die Leute wählen immer für das, was sie als das Beste für ihr eigenes Wohl erachten. Und das ist halt bei der AfD anscheinend gerade der Fall, weil wir halt so hart gef***t werden von der Ampel. Ja, und genau deswegen ist es eine brauchbare Fake-Opposition. Weil ihr das wählt, was ihr glaubt, was das Beste für euch ist. Und woher wisst ihr, dass es das Beste für euch ist, weil es euch eingeredet wurde. Von wo, von wem, wieso. Zu welchem Zweck? Ja, und jetzt werdet ihr ja sagen, was, die Medien haben uns eingeredet, dass wir die AfD wählen sollen. Ja, die Medien haben euch eingeredet, die AfD zu wählen. Absolut. Nur habt ihr es nicht mitbekommen, weil die Medien die AfD immer schlecht geredet haben. Und ihr habt geglaubt, die Medien sind gegen die AfD, weil sie reden sie schlecht. Nein, die Medien reden die AfD absichtlich schlecht, weil sie dadurch, wie eine echte Opposition scheint. Das ist alles. Ihr seid jetzt einfach auf den Shit reingefallen. Ja. Nicht was. Ja, na klar, na komm, denk doch mal nach. Na, denk doch mal nach. Was würdest du machen? Was würdest du machen? Joe Lied schreibt gerade im Live-Chat, Mon Pelleron ist WEF auf Steroiden. Dann hau doch jetzt mal bitte wenigstens einen Namen raus und vielleicht noch zusätzlich ein Zitat, dass ich das mal so ein bisschen einordnen kann. Also nochmal. Ein Name und ein Zitat. Ich biete dir den Oberboss in Kanada, den Oberboss in Vereinigten Staaten. Die AfD wird auch nie wegen ihrer Wirtschafts- oder Sozialstaatpunkte angegriffen. Ja, genau, natürlich, das ist ja, was ich meine. Wann hat jemand sich hingestellt, Medien, wann haben sich die Medien jemals hingestellt und haben einfach gesagt, die AfD ist eine neoliberale Partei, die ganz, ganz böse ist und die man angreifen muss. Da gibt es so einzelne Dings, die das machen, so Jacobin Magazin, so ganz linke Blätter machen diesen Scheiß. Ansonsten machen das Leute nicht. Wann haben die öffentlich rechtlich und wann ist das in der Tagesschau gekommen oder irgendwelche Leute? Jetzt gerade mit dieser AfD-Näh-Kampagne ein wenig, aber das kommt von den Gewerkschaften. Ja, ja, klar, natürlich, Gewerkschaften, alles klar. Ich rede oder von Linken oder so, natürlich. Ich rede jetzt einfach so von Mainstream-Medien, die Bild, die Welt, keine Ahnung, Tagesschau, Lanz, irgend so ein Bullshit. Davon rede ich. Wann haben die irgendwie als die ultrakapitalistische Partei geframed, so wie sie, was sie ja ist. Das haben sie nie gemacht, werden sie ja auch nicht machen. Das sind die Nazis. Das sind die Nazis. Und man muss sich einfach überlegen, an der Stelle, dass man einfach dasteht und sich einfach denkt, sag mal, was machen sie hier an der, diese Leute, was machen sie hier die ganze Zeit? Vor der Wahl, überall, wo bitte? Macy tut es, als ob es keine Ideologie gäbe. Doch, doch, es gibt Nazi. Und du denkst dir die ganze Zeit einfach so, jo, bro, warum verhalten sich diese Medien so, dass sie die ganze Zeit die Leute zu der AfD schieben? Sind die dumm? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Königreich, eine der wichtigsten Personen in der deutschen Politik, nämlich Baerbock, und das sind nur die, die Young Global Leader sind. Also, wer da irgendwie Mitglied ist, ohne jetzt lang Young Global Leader, das weiß ich gar nicht. Ich möchte nochmal kurz Klaus Schwab zitieren. We have penetrated the governments. Also, der sagt auch noch auf Bühne verlaufender Kamera, dass sie die Regierungen im Westen penetriert haben. Jetzt bitte mal dann von dir Namen, Joe Lead. Also, welcher große Player aus der AfD, nicht aus der AfD, ist Mitglied oder, keine Ahnung, bei der Mont Pelerin Society? So, mit dieser Anfrage von unserem guten Kaspar kommen wir jetzt zu einer kleinen Unterrichtsshow. Ich habe das dem Kaspar geschickt, habe ihm gesagt, spiel das vor, er wollte das nicht vorspielen. Okay, ich zeige euch das. Das ist eines der wichtigsten Videos, die ihr sehen könnt. Das ist, wie man versteht, wie Dinge entstehen. Okay? Das geht jetzt darum, wo die Mont Pelerin Society überall schon eingegriffen hat und welche Bedeutung sie hat. Das ist ein Netzwerk. Was zum Henkel ist das denn? Das ist die Mont Pelerin Gesellschaft und ihre Töchter. Ach, auch so eine Art Familienunternehmen. Die Mont Pelerin Society ist die einflussreichste Denkfabrik dieser Republik. Der ganzen Welt. Unsere Gedanken beherrschen die Welt. Du hörst, Pellegrino beherrscht die Welt. Das ist aber buchstäblich, Kaspar und Clowny. Pellegrino bestimmt die Welt. Ja, bro. Ein Zitat, dein bestes Argument. Damals war die, damals war die, äh, 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 anstalt noch based. Ja. ...hierie. Pelerin. Mont Pelerin Gesellschaft. Gegründet 1947 auf dem Hügel Mont Pelerin in der Schweiz in einem Hotel von liberalen Widerstandskämpfern, den zum Beispiel Ökonomen Friedrich August von Hayek und Milton Friedman. Haha, Widerstand im Chorhotel. In der Boulevard-Komödie mit Jochen Buss. Ja, die Idee war, ich erzähle mal ein bisschen Ihre Idee, warum Sie das gegründet haben. Ihre Idee war, bring Wirtschaftsleute rein, Redakteure, Verleger, äh, Politiker, alle Leute aus ihren Branchen rein und dann sage ihnen, sie sollen in allen Bereichen die gleiche Ideologie verbreiten. Das war die Idee. Je mehr Leute mitmachen, die Zeitungen besitzen, Redakteure sind und ähnliches und immer das Gleiche wiederholen. Markt ist gut, Staat ist schlecht. Markt ist gut, Staat ist schlecht. Kapitalismus ist Freiheit, Kommunismus ist Knechtschaft. Kapitalismus ist Freiheit, Kommunismus ist Knechtschaft. Wenn du, wenn du Erfolg hast, dann hast du es verdient. Wenn du Erfolg hast, dann hast du es verdient. Du sagst, was ja based ist, weil du hirngewaschen wurdest. Und jetzt, diese Leute haben sich auf der ganzen, Konsum ist Glück, genau, you will own nothing and be happy und so weiter, ja. Du sagst, dass es based ist, weil du hirngewaschen wurdest. Oder du gehörst zu den Eliten. Es gibt diese zwei Möglichkeiten. Alles andere ist fucking, ja. Und es ist egal, dass das ZDF ist oder nicht ZDF ist. Ihr könnt diese Daten überprüfen. Diese Daten hier könnt ihr überprüfen, das stimmt absolut alles, was sie sagen. Sie sagen sogar zu wenig, in meinen Augen, man kann das noch viel mehr vertiefen. da gibt es super Vorträge dazu. Ich glaube, Sie haben überhaupt keine Ahnung, wen Sie vor sich haben. Nein. Nicht wirklich. Nein. So, zuhören. Wir veröffentlichen auch unsere Mitglieder eigentlich nicht, aber Sie können sicher sein, das ist ein sehr auserlesener Kreis von Mitgliedern und Gästen. Was ist das denn? Das ist die Festschrift, 70 Jahre Montpelerand-Gesellschaft. Ach, gucken Sie mal, Alan Greenspan war da dabei. Der war da hoher, Wer ist Notenbankchef? Hier, Lars P. Feld, Wirtschaftsweiser, Berater von Angela Merkel, Mitglied. Und hier, Charles Koch ist auch Mitglied, der hat Trump finanziert, das ist der siebtreichste Mensch, der will. Oh Mensch, das würde denn ein Auftritt bei Ihrer Gesellschaft sein? Herr von Wagner. Okay, man wird doch nochmal fragen. Damals war die AfD noch nicht so populär, aber Alice Weidel und Beatrix von Storch gehören auch dazu, obwohl Alice Weidel vor einem Jahr ausgetreten ist. Oder vor zwei. Was ist denn das Ziel Ihrer vornehmen Gesellschaft? Hayek würde sagen, die Durchsetzung des Liberalismus als, sagen wir, absolutes Prinzip sozialer Organisation. Ich würde sagen, hä? Markt gut, Staat schlecht. Was? Herr Professor, Sie können das viel schöner erklären wie ich. Privatisierung, Steuersenkung und Sozialstaatsabbau. Ja, im Konstum 3 in der Früh aufwecken, egal welches Problem, er hat die Lösung. Privatisierung, Steuersenkung und Sozialstaatsabbau. Deswegen finanziere ich als uns. Und jetzt, wenn wir sagen, Privatisierung, Steuersenkung, Sozialstaatsabbau. Was ist das Programm einer CDU, einer FDP, einer AfD, den Grünen und der SPD? Was ist Ihr Programm? Oder von Trump oder von Biden, der Republikaner, der Demokraten oder sonst irgendwem anderen auf dieser Welt? Vollkommen egal, welche Regierung in welchem Land, Macron, Le Pen, sucht es euch aus, Bolsonaro, alle fucking gleich. Inwieweit hat die Ampel den Sozialstaat abgebaut, Bruder? Hast du schon das mitgekriegt mit der Agenda 2010 von den Grünen und den Roten? Aber das kommt gleich. ...dachten alle, der Kapitalismus sei schuld, ein Faschismus und Krieg. Ja, nur weil wir ein bisschen dran verdient haben. Ja. Und plötzlich wollten alle nur noch Wohlfahrtsstaat, starke Gewerkschaften, Sozialismus. Ja, pfült Teufel. Das Einzige, was uns am Leben erhielt, war unsere liberale Überzeugung. Und das Geld der Rockefeller Foundation, der Credit Suisse und der Bank of England. Ha, so gescheit unser Professor, ha? Ja. Und unser Plan, innerhalb von 30 Jahren den Zeitgeist so zu drehen, dass die Menschen nicht mehr an den Sozialstaat glauben, sondern an unser Mantra. Jetzt. Äh, Privatisierung, Steuersenkung und Sozialstaatsabbau. Sie wollen uns alle... Und auf diesen Shit seid ihr einfach fucking alle reingefallen. Auf der rechten Seite, die ihr euch Opposition nennt. Ja, seid alle auf diesen Scheiß reingefallen. Genau so wie die ganzen Pseudolinken. Deswegen rede ich von Pseudolinken und Pseudorechten. Das hier sind die echten Rechten. Hier haben wir die echten Rechten. Alles andere sind Pseudolinke und Pseudorechte. Und Pseudolinke und Pseudorechte sind beides Fake-Oppositionen, die beide auf diesen Shit reingefallen sind. Das wird uns doch litera. Dahin geführt, was Besonderes auch Konservative kritisieren. Zerbrochene Familien, Kriege, Nihilismus, psychische Krankheiten ausgelöst durch Burnouts, LGBTQ, was ja von Konzernen gepusht wird durch die Diversity-Aktion von Blackrock etc. All das ist doch nur möglich durch den Kapitalismus und damit verbundenen Entwicklung. Absolut. Ich meine, LGBTQ gibt es ja an sich selbst sowieso. Aber wenn sie sich aufregen, warum wird LGBTQ gerade extrem gepusht von allen? Weil das gerade wichtig ist für Woke und Wehrhaft. Weil das einfach gerade sehr wichtig ist für die Kriegsindustrie, dass sie das pushen, weil sie sich hinter marginalisierten Personen versuchen zu verstecken. Weil sie das missbrauchen einfach für ihre Interessen. Die Konzerne, vor allem die Rüstungskonzerne. Und genau deswegen ist Solidarität zu LGBTQ-Leuten wichtig, um zu sagen, hey, hört auf einfach, LGBTQ-Leute zu missbrauchen für eure Interessen. Privatisierung, Steuersenkung und Sozialstaatsabbau. Sie wollen uns allen Ernstes erzählen, dass in einem Schweizer Bergdorf ein paar wunderliche Keuze beim Fondue sitzend die Fäden gezogen haben, die uns heute diesen neoliberalen Käse eingebrockt haben. Entschuldigung, wenn ich sage, das ist mir zu einfach. Einfach? Das war verdammt harter Arbeit, ihnen den Sozialstaat zu entreißen. Ich meine, wir konnten ja nicht einfach hingehen und sagen, die Reichen sollen reicher werden. Was haben Sie den Leuten denn dann gesagt? Ja, schaut euch mal diese ganzen Institute. Hinten habe ich das Cato-Institut, Atlas Heritage Foundation, die ganzen Institute da hinten. Das sind die einflussreichsten Institute auf der ganzen Welt. Die gehören alle zur Montpellier-Norso-City. Es gibt kein Kabinett auf dieser Welt, Beraterstab oder irgendwen, der nicht jemanden aus der Montpellier-Norso-City dabei hat, der einfach bestimmt, wo es lang geht oder bestimmt vorgibt und berät. Also, man muss sich da informieren und der WEF ist eine ganz kleine Nummer. Der WEF ist ein kleiner Furz im Vergleich dazu. Das sind die ganzen Dinge, die man nicht kennt. WEF kennst du. WEF ist irrelevant, praktisch, im Vergleich zu dem Scheiß hier. Wir haben gesagt, die Reichen sollen reicher werden, weil das für alle gut ist. Ist bei der Bevölkerung wohl prima angekommen? Nee, merkwürdigerweise nicht. Wir haben dann erst mal versucht, die Eliten der Gesellschaft von unserem Mantra zu überzeugen. Privatisierung, Steuersing... Wir haben dieses riesige Netzwerk aufgebaut. Ich meine, wir haben nur eine Botschaft, aber die haben wir wirklich oft. Wir haben dieses Netzwerk planetar aufgebaut. 500 Denkfabriken in der ganzen Welt, die alle unser Mantra verkündet haben. Milliardäre haben Lehrstühle gesponsert. Wir haben ganze Fakultäten übernommen. Milton Friedman hat persönlich unterrichtet in Chicago. Sein Credo, nur ein entfesselter Markt, führt zu absoluter Freiheit. Ja gut, das ist diese graue Theorie, aber haben Sie das jemals ausprobiert mit dieser Freiheit? Ja klar, sogar in einer Diktatur. Was? In Chile? Ab 1973. Da siehst du eh, da ist das Institut der Wirtschaft in Paris, Adam Smith Institute, Cato Institute, Clermont Institute. Schaut euch mal, schaut euch mal die ganze Freiheitsinstitut, Prometheus, Open Europe Berlin. Ihr habt da sehr, sehr viele Thinktanks. das sind die Leute, die eigentlich in Wirklichkeit sehr viel Macht haben und die alle verknüpft sind, die alle zusammenhängen, alle mit einer Ideologie verbunden sind. Da hat Friedman selber mit seinen Chicago Boys unser Mantra umgesetzt. Privatisierung, Steuersenkung und Sozialstaatsabbau. Was heißt das eigentlich auf Chilenisch? Äh, Pinochet. Jetzt hören Sie mal zu, Pinochet hat tausende... Ja, du sagst, du normalen Mensch, der neun Stunden am Tag mit Arbeit beschäftigt, sich steigt da halt nicht durch. Ja, genau das ist der Punkt. Ja, das ist ja genau, warum das ausgenutzt wird. Weil er eben da nicht durchsteigt. Deswegen ist das ja so effektiv. Weil die ganzen Eliten es verbreiten und die anderen steigen nicht durch. Was ist mehr? Win-Win-Situation. Es ist ja der Punkt, so funktioniert ja hier ein Wäscher. Das ist ja das scheiß Problem an der ganzen Nummer. Danke Lachdach sagt, ich wusste das nicht. Freut mich. Danke Lachdach, willkommen bei uns. Dankeschön. Danke Rollo für einen gegifteten Anquassel-Kocker. Das ist doch gut. Danke dir Rollo, vielen Dank. Regimegegner foltern lassen. Weswegen die chilenische Bevölkerung ja auch so einfach zu überzeugen war von unseren Argumenten. Ach ja, nach dem Ende... Ja, das ist das Ziel der Verschleierung, sonst würden Sie keine 500 Institute gründen. Ja, ja, Sie tun so, als wären Sie einfach total unabhängig, unabhängige verschiedene Leute und sie gehen und ficken Hirne einfach wie niemand anderer auf der ganzen Welt. Die Diktatur erlebten fast die Hälfte der Chilenen unterhalb der Armutsgrenze. Das war doch eine Katastrophe. Das war ein totaler Erfolg. Die Einkommen der reichsten Chilenen ist um 83 Prozent gestiegen. Sag mal, Milton Friedman und Ihre Leute haben also ein Land benutzt, in dem ein grausamer Diktator herrschte für ihre Experimente, als Labor. Was haben Sie dafür als Strafe bekommen? Den Nobelpreis für Wirtschaft? Was? Für sowas? Ja. So einen renommierten Preis? Naja, so renommiert. Naja, Alfred Nobel hat Ökonomen für Flachpfeifen gehalten. Ach, das ist gar kein wirklicher, kein richtiger Nobelpreis. Ja, so ein Gedächtnis-Nobelpreis. Ja, also wenn Nobel wüsste, was in seinem Namen ausgezeichnet wird, dann würde sich eine Stange Dynamit in die Sitzrinne klemmen. Wer hat denn dann diesen Fake-Nobelpreis gestiftet? Die schwedische Reichsbank. Das ist das Beste. Die Reichsbank. Die war nämlich genau wie wir der Meinung, dass Neoliberalismus ausgezeichnet ist, aber nicht genug ausgezeichnet wird. Ja. Und dass ein Mitglied der Montpelerand-Gesellschaft zufällig auch im Preiskomitee saß, das hat wahrscheinlich auch genutzt. Moment, Moment. Sie haben sich einen eigenen Nobelpreis geschaffen? Nein. Acht! Wir haben uns acht Nobelpreise verliehen! Ja, ja. Die Leute haben einfach den Nobelpreis für Wirtschaft ins Leben gerufen. Dann haben sie ihren eigenen Ideologen aus der Montpelerand Society zuerst verliehen und konnten damit so praktisch auf der ganzen Welt Einfluss nehmen und einfach zu allen Kabinetten kommen und einfach sagen, hey Reagan, schau mal, das ist der neueste Shit. Hey, schau mal, äh, äh, Thatcher, das ist der neueste Shit. Hey, schau mal, Schröder, das ist der neueste Shit. Oder zu wem auch immer, obwohl, was für ein Schröder, einfach, Ludwig Jahrhardt war schon bei ihnen in der Montpelerand Society. Ja, das Ganze zieht sich schon seit sehr langer Zeit. Lassen. Willkommen. Und das hat ihren Instituten die Seriosität verschafft, die sie brauchten, um die Ideologie weiter zu verbreiten über ihre ganzen Institute, das Carto-Institut, in Amerika das International Center for Economic Policy Studies, die Heritage Foundation. Von der, von der habe ich schon mal gehört. Heritage Foundation. Woher habe ich das? Das stand, glaube ich, im Festschrift, schauen Sie hier, da steht, Sie bereitet den wirtschaftspolitischen Kurswechsel in den USA in den 80er Jahren vor. Ah, die Reaganomics. Ach, Privatisierung, Steuersenkung und Sozialstaatsapper. Ah, Sie wollen es also erzählen, Sie haben Ronald Reagan die Texte geschrieben, ja? Ja, glauben Sie, dass dieser Cowboy-Darstatter da selber draufgekommen ist? Es gab Zeiten, da saßen 20 Schüler von Milton Friedman in seinem Beraterstab. Und neben Amerika haben sich außerdem auch noch England geholt. Ja, hier. Mit dem Institut für Economic Affairs und dem Adam-Smith-Institut und dem Center for Policy Studies. Ja, jetzt raten Sie mal, wer das gegründet hat. Oh, jetzt sagen Sie nicht. Margaret Thatcher. Sie hat es gesagt. Die britische Premierministerin auch? Und hier, 82, der Durchbruch in Deutschland mit dem Lambsdorff-Papier. Und da drin standen natürlich Steuersenkungen, Privatisierung und Sozialstaatsabbau. Woher wissen Sie das? Sie haben das Lambsdorff-Papier geschrieben, oder? Ja, und zwar schlecht. Genauer gesagt, Otto schlecht. Ja. Der war 38 Jahre lang graue Eminenz im Wirtschaftsministerium. Übrigens auch ein Mitglied der Montpellavien-Netzwerks. Ja. Ja, ihr könnt euch jetzt mal überlegen, wer eure Verordnungen, Gesetze und Vorschläge zu Reformen schreibt und vorbereitet und durchsetzt. Ganz genau. Lambsdorff hat also gar nicht selbst geschrieben? Nein, Lambsdorff hat nur Korrektur gelesen. Ach, und dann hat die FDP natürlich allein in Deutschland den Neoliberalismus ganz im Alleingang durchgesetzt mit dem FDP-Kanzler. Aber warten Sie, die FDP hatte gar keinen Kanzler. Doch, Gerhard Schröder. Was? Der hat 2004 fortgesetzt, was wir mit Lambsdorff begonnen hatten. Natürlich, Privatisierung, Steuersenkung, Sozialstaatsabbau. Sie sind so knapp vor dem Nobelpreis. Wie haben Sie denn die Sozialdemokraten auf diese neoliberale Spur gesetzt? Das war sehr harte Arbeit unseres tapferen Netzwerks. Ja, und natürlich mit haufenweisen Instituten, hier zum Beispiel der Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft in Deutschland. Du sagst du, da muss ich mir jetzt von der Anstalt Staatsfunk ranhören, warum der Staat so toll ist. Niemand hat gesagt, warum der Staat toll ist. Es geht hier nur darum, wie die größte Verschwörung der Welt umgesetzt wurde, die in der modernen Zeit noch aktiv ist. Ja, das ist, worum es geht. Hier geht es nicht darum, dass du Steuern zahlen musst. Wenn dein einziges Problem ist, dass du Steuern zahlen musst, dann ist das einfach nicht das Thema hier. Hier ist das Thema, dass Leute ins Hirn gefickt werden und dass die Demokratien ausgehöhlt werden durch kapitalistische Thinktanks. Das ist das, worum es hier geht. Ist das hier alles Fakt? Ich checke es. Ja, das sind alles Fakten. Ja, kannst du nachlesen. Es wurde doch hier gepostet vorher die Quelle. Kann jemand die Quelle nochmal reinposten? Ja, das sind alles Fakten hier. Das ist ja faszinierend, wie man mit nur drei Begriffen ganze 500 Institute bilden kann. Am Ende waren die Sozi so verzweifelt, dass sie selber neoliberale Politik gemacht haben. Mit der Agenda 2010. Ja, und da fragen wir uns alle, was war nochmal die Agenda 2010? Du sagst Privatisierung, Steuersenkung, Sozialstaatsabbau, das betet der Shapiro 24-7 exakt so runter und die Rechten und Veramten, Namis feiern ihn. Dafür kannst du ja nicht ausdenken. Du, es ist nicht nur Shapiro. Es ist Crowder. Es ist Jordan Peterson. Es ist einfach fucking jeder, der da draußen bei den Rechten oder Pseudorechten als Opposition gilt. Jeder einzelne von ihnen betet diesen Scheiß runter. Jeder. Und jeder von dem Ganzen auf der Seite von, wie heißen sie, auf der Seite von dem Pseudolinken, von den Grünen und Co. machen genau den gleichen Scheiß. Die machen alle den gleichen Scheiß. Visual Politik ist sogar der Kanal vom aktuellen Chef der Montpellierand Society. Ach was, wirklich? Ja, eh, schau. Ja, Mann. Das ist einfach so. Das ist die, das ist die, sie verbreiten das durch alle Dinge. Diese ganzen Leute, die da draußen herumlaufen, die erzählen dir alle diesen gleichen Scheiß und wiederholen es und du glaubst, dass sie, sie haben sogar einen Fake-Widerstand aufgebaut. Sie haben sogar einen Fake-Widerstand aufgebaut. Ja, und in dieser Scheiß Montpellierand Society oder beziehungsweise in den Instituten waren auch Mitglieder der AfD drinnen. Die Leute, die die AfD gegründet haben, sind ja Gläubige dieses gesamten Systems. Und das für die Opposition zu halten, wenn das doch eh die ganze Zeit, die ganze Welt regiert seit 40 Jahren. Bitte, was ist die Opposition? Regierung, Steuersenkung, Sozialstaatsabbau. Okay, wollte das eher so. Ja, ja, und Tichy, ja, ja, der Roland Tichy ist ja auch dabei. Roland Tichy ist auch dabei. Ja, Roland Tichy, Alter. Das ist ja das Beste. Oh, die Alternativ-Nachrichten von Roland Tichy, einfach Tichy's Einblick, Gold Digger. Der ist ja auch Teil bei der Mont Peleron. Ja, das ist ja, das ist ja großartig, oder? Und am Ende hat Gerhard Schröder für das Schleifen des Sozialstaates noch ein ganz dickes Lob bekommen. Ja, von Milton Friedman. Aber sagen wir mal, die Sozialdemokraten... Ja, ja, diese ganzen Leute, weil du sagst, Hans-Werner Sinn, ja, und Hoppe, und die sind alle, Alter. Die sind fucking alle dabei an Bord. Wenn das verkauft, ich meine, die Sozialstaaten, aber auch ihren eigenen Wählern. Das bekannte Zentrum Liberale Moderne war letztes Jahr bei der 75-jährigen Feier der MPS-Vertriebe. Stimmt, Ralf Hüchs war dort, oder? Bei der Feier der Mont Peleron Society, bei der 75. War doch Ralf Hüchs, Zentrum Liberale Moderne. Es ist ja, stimmt, das haben wir hier gelesen, das ist ja der Think Tank der Grünen. Hey, die sind überall drinnen. Das WEF ist eine kleine Kinderkacke im Vergleich mit dem hier. Eine kleine Kinderkacke. Das WEF ist gar nichts. Gar nichts. Das ist eine wirklich gute Frage. Es ist, manchmal kommt es mir so vor, wo diese Young Global Leader Programm, es ist so, als würden sie die Schauspieler ausbilden, die dann diese Ideologie verbreiten. Es ist so, als würden sie wirklich so Leute, denen sie beibringen, so wie man Butler ausbildet, so lauf jetzt einfach da mit dem Buch auf dem Kopf einfach rauf, runter und lerne, wann du dich zu verbeugen hast und wann du wegzuschauen hast und hin und her. Es ist praktisch das, was so die machen, habe ich das Gefühl. Aber von der Ideologie her kommt alles von hier. Alles. Absolut. Fucking alles. Herbert Giersch hat gesagt, wenn man verhindern will, dass der Staat Geld für Soziales ausgibt, muss man darauf achten, dass er zu wenig Geld dafür einnimmt. Durch Privatisierung und Steuersenkungen. Ja. Giersch nannte das das Diktat der leeren Kassen. Wer zum Henker war eigentlich Herbert Giersch? Och, laut FAZ bloß der einflussreichste Ökonom der Bundesrepublik. Der war übrigens auch Mitglied der Mont-Blair-Gesellschaft. Nein. Der war deren Präsident. Sagen Sie mal, wer ist denn der letzte Brillenzombie da? Ah. James Buchanan, der Erfinder der Schuldenbremse. Der ist auch Mitglied der Mont-Blair-Gesellschaft. Ja, und damit ist er nicht nur fest verankert in Ihrem Grundgesetz, sondern er hat dafür auch noch den Nobelpreis bekommen. Ja. Naja, die Gegneranalyse wird indirekt von der Mont-Pelan-Society bezahlt, da stellen wir Böses dabei denken. Naja, klar, natürlich. Ja, das ist ja, das ist ja der Punkt, aber das haben die Rechten gar nicht auf dem Schirn, das geht Ihnen vollkommen. Dann haben wir es doch verstanden. Dann würde ich sagen, dann stoßen wir jetzt schon mal an auf die erfolgreichen Koalitionsverhandlungen. Entschuldigung, die sind noch gar nicht beendet. Naja, aber bis jetzt ist schon mal klar, was auf keinen Fall zurückgedreht wird. Privatisierungen, Steuersenken, Sozialstaatsabbau. Hey. Vielleicht kann ich Ihr Mantra mal in die Wirklichkeit übersetzen. Privatisierung bedeutet Geschäfte mit bettlägerigen Patienten. Steuersenkung bedeutet kein Geld für Schulen. Und Sozialstaatsabbau bedeutet mehr arme Kinder und Rentner. Nein, nein, nein. Privatisierung bedeutet, alles, was dem Volk gehört, soll nicht mehr dem Volk gehören, sondern soll in die Hände von einzelnen Großkonzernen und Unternehmern wandern. Steuersenkung bedeutet, diese Großkonzerne sollen machen können, was sie wollen, ohne dass ihnen jemand irgendwas in den Weg stellt. Und Sozialstaatsabbau bedeutet, dass wir diese Konzerne bestimmen, dass sie jemanden vollkommen crushen wollen. Da soll es keine Institution oder irgendeine Vorrichtung geben, die diese Menschen beschützt, sondern sie sollen vollkommen ausgeliefert sein. Es geht um vollständigen Klassenkampf von oben. Es geht um eine vollständige Unterdrückung und Versklavung des einzelnen normalen Menschen durch Konzerne. Das ist alles, worum es geht. Sie wollen sagen, das alles war kein Zufall, sondern Absicht? Ja. Sagen Sie, warum haben Sie uns das alles hier eigentlich so offen erzählt? Weil Ihnen das sowieso keiner glauben wird. Genau. Das ist der große Punkt. Ich habe das sogar, Kaspar wird in seine Reaction reingeschickt, der wollte es sich nicht anschauen. Und ich akzeptiere dieses, es kommt von ZDF, ÖRR als Antwort nicht. Terrence unter Strich Ill verlängert Kontaktschuld auf drei Monate. Das sind kleiner als drei Scheiß Kapitalismus. Das hier sind Facts. Es gibt einen Factsheet zu dieser Sendung, falls ihn jemand von euch hat, bitte, bitte reinschicken. Aber es gibt die auf der ZDF-Seite. Wenn ihr das debunken wollt und sagen wollt, dass das alles nicht stimmt, dann bitte gebt mir eine unabhängige Quelle, die nicht die Montpelerin Society ist oder zu der Montpelerin Society gehört und schaut euch einfach die Fakten an. Da sind sie, da sind die Faktenchecks. Quelle zur Sendung. Dankeschön. Und niemand von den Rechten, der mir hier sagt, ach, die Montpelerin der Montpelerin Society, scheiß drauf. Bitte beschwer dich nicht mehr über Clownswelt, beschwer dich nicht mehr über das, wie die Welt heute der Zustand ist, beschwer dich nicht mehr darüber, dass sich ein Deutscher heute eine Familie nicht mehr leisten kann, dann beschwer dich bitte auch nicht über diesen großen Austausch, von dem ihr immer redet, weil der Punkt ist einfach, wenn man euch sagen würde, wieso vermehren sich die Deutschen nicht einfach mehr, da wirst du sagen, er kann es sich nicht leisten, überlege dir mal, warum. Und diese ganze Geschichte von wegen Migration und hin und her, schau dir einfach mal die Politik der US-Regierung seit den 80ern an, schau dir mal an, was sie da alles verursacht in der ganzen Welt, wodurch Migration einfach zustande kommt und weiterverbreitet wird. Also sozusagen absolut alles, was eure Probleme sind, die ihr hier nennt, haben einen Ursprung in der Politik und Ideologie der Montpellinor Society. Und jetzt sagt, dass sie aber ganz schön okay sind und ihr sie feiert, weil dann ist die kognitive Dissonanz vollständig. Und dann braucht ihr aber euch, niemand braucht euch dann aber nicht mehr ernst nehmen, finde ich. Man braucht euch dann nicht mehr ernst nehmen, weil wenn du kommst und einfach anfängst zu sagen, boah, scheiße, Deutsche können sich ja nicht einmal ihr Leben leisten, was soll das? Aber Montpellinor Society ist based. Ich finde, Konzerne sollten alles kontrollieren. Ja, dann Montpellinor Society okay, WEF nicht okay. Hey, WEF bildet Schauspieler aus, die hier, die Ideologen. Das sind ganz zwei verschiedene Größen. Es ist... Ich kann dir mehrere Namen nennen und noch ein Zitat, wonach der Oberchef sagt, WEF penetrated the governments. Was hast du, um mir zu belegen, dass das WEF auf Steroiden ist? Also ich... Habe ich gerade gemacht. Dieses Konglomerat aus den ganzen Thinktanks, was gerade gezeigt wurde, ja, wir können es ja hier noch einmal, wenn ihr wollt, können wir es hier noch einmal durchklicken. Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft, Walter Eucken Institut, IEA, Friedrich-Naumann-Stiftung, Ausbau des Netzwerkes, Liberty Fund, Institute for Human Studies, das wurde vorher in das Ding reingehaut. Heritage Foundation sitzt übrigens, die Heritage Foundation sitzt übrigens auf dem Capitol Hill neben der Regierung. Gibt schon einen guten Grund, warum das so ist. hier habt ihr vielleicht, kennt ihr ein paar von diesen Adam-Smith-Instituts, das sind die Cato-Instituts, das sind die berühmten. Die Frage ist, ob ihr sie kennt, ob euch das was sagt oder nicht. Schaut euch mal an, was die alles machen. Und, ja genau, Atlas Foundation, genau, stimmt, stimmt, stimmt. Atlas Network heißt das jetzt. das ist wahrscheinlich, Institutionen gehören in Deutschland, neun Institutionen gehören zu Atlas, Zentrum für europäische Politik, Institut der deutschen Wirtschaft, neue Initiative, neue soziale Marktwirtschaft, sehr wichtig. Friedrich von Hayek-Gesellschaft, das ist das, wo die AfDler drin sind, so Tichy glaube ich auch. Genau. Das ist Open Europe Berlin, war die Ding nicht dabei. Atlas ist unter anderem Krall. Ja genau, genau, genau. War da bei der Open Europe Berlin, war da nicht die Ding dabei? Wie heißt sie? Die Ulrike Gero? War die nicht dabei? Genau, Walter Eucken, Stiftung Marktwirtschaft, ja, 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 okay. Ich wollte nur sagen, zur Initiative, neue soziale Marktwirtschaft, damit ihr ein bisschen versteht, wie die Open Society ist das. Ach so, okay, dann habe ich das verwechselt, Entschuldigung. Schaut euch mal das an. Das ist von den Nachdenkseiten. Patrick Steiner übrigens hat ein super Buch über den Neoliberalismus geschrieben, Unterwerfung als Freiheit, sollte sich jeder durchgelesen haben, unbedingt, Pflichtlektüre. Der erzählt hier, wie Marienhof-Skandal, ja, und zwar hat man angefangen in der ARD-Serie Marienhof, die von der INSM gekauft wurden, ja, also Themenplacements. Und zwar, das ist, worüber die Nachdenkseiten aufdecken, worüber zum Beispiel andere nicht aufdecken würden, die sich Journalisten nennen, aber ist ja wurscht. Auf jeden Fall, es waren im Wesentlichen drei Zielstellungen, die sich in den Marienhofen Dialogen erkennen lassen, Leiharbeit als normales und positives Arbeitsverhältnis darzustellen, Unternehmen und unternehmerischem Denken in der Schule breitere Raum zu verschaffen und Steuern und Abgaben als zu hoch zu verunglimpfen, ja. Und da wird das ganz genau beschrieben, ihr könnt es euch mal anschauen, wie sie das machen. Aber das ist Neoliberalismus in TV-Serien, ja, das macht die ganze Zeit in Newstopia, das kenne ich nicht, klingt interessant. Das ZDF sendet regelmäßig romantisierende Schmonzetten mit fast immer gleicher Handlung. Eine Frau mit Freund kommt aus einer Großstadt alleine aus Land, wo sie einen anderen Mann kennenlernt, für den neuen Mann verlässt sie den alten. In diesen Serien finden sich durchaus sozialkritische Anklänge, etwa Kritik an Großstädten und Großkonzernen, bisweil sogar an übertriebenen Arbeitsfleiß und veralteten Geschlechterrollen. Diese Sozialkritik aber wird zugleich mit neoliberaler Ideologie versöhnt. Die Serienfiguren bemühen sich aktiv um Anerkennung und einen hohen sozialen Status. Sie zeigen sich trotz aller Gefühle als zielstrebig, kreativ und diszipliniert. Das Happy End bedeutet für die Frau regelmäßig nicht nur eine neue Liebesbeziehung, sondern dank einer Anstrengung auch beruflichen Erfolg und ein Volkermarkt. Also es wird manipuliert, wo es nur geht. Das heißt mit den einfachsten Dingen. Ich würde sogar sagen, dass die gesamten Geschichten von wegen Deutschland sucht den Superstar, gute Zeiten, schlechte Zeiten, Germany's Next Topmodel, das sind alles in Wirklichkeit nur Verbreitungsinstrumente für die Ideologie der Mont Pelerin Society. Wie hat die Kindersendung geheißen? Po-Patrol. Po-Patrol, genau die gleiche Geschichte. Es ist einfach nur Propaganda-Verbreitung für die Eliten. Ist so, Tatsache. Und wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann checkt man das. Aber da muss man sich ein bisschen ... Und Marienhof war öffentlich-rechtlich, ja, nix RTL oder so. Ja, 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 absolut, absolut. Ich glaube, du hast mir jeden Link geschickt. Dankeschön. Ich will die in Stiftungen sehen, ich will die in Regierungspositionen sehen, ich will die in Machtpositionen sehen, damit ich dem noch eine gewisse Relevanz zuordnen kann. Du hast sie gerade in Machtpositionen gesehen. Eidl Mont Pelerin. Hayek's Erben. Eine sehr ... Xenophobe Libertäre als Populisten. Hayek's Betarde. Ach, diese Libertären, die in Ruhe gelassen werden wollen, diese Nazis? Ah ja. Und Xenophobe ... Nein, nein, Libertäre sind nicht die, die in Ruhe gelassen werden wollen. Libertäre sind die, die wollen ... Also Libertäre sind normalerweise die, die in Ruhe gelassen wurden. Aber leider wurde uns der Begriff geklaut. Libertäre, heute Rechtslibertäre, sind nicht Leute, die in Ruhe gelassen werden wollen, sondern Leute, die wollen, dass Konzerne in Ruhe gelassen werden wollen. Es ist ein Riesenunterschied. Und ihr seid auf dieser Seite. Ihr wollt, dass Konzerne in Ruhe gelassen werden. Also ihr wollt, dass die Mont Pelerin Society schalten und walten kann. Ja, tut mir leid, aber ich als echte Opposition habe ein bisschen was dagegen. Ist ja auch ein Buzzword für, okay, ihr wollt den progressiven Zeitgeist, nicht? Ja, also Alice ... Nein, ist es nicht. Hat nichts mit progressiven Zeitgeist, wie gesagt. Der progressive, so wie der konservative Zeitgeist oder was auch immer gerade stattfindet, ist einfach alles Mont Pelerin Society. Weil ist Mitglied ... Oder hat irgendwas mit der Hayek-Gesellschaft zu tun oder was? Also das sind halt Wirtschaftsliberale, ne? Jaja, die wollen, dass die reichsten 1% in Ruhe gelassen werden. Und hier steht jetzt Mont Pelerin nicht, weil man das nicht sagen darf oder was? Okay, also gut. Dann ist da weitere Nachforschung vonnöten. Die Hayek-Gesellschaft ist einfach ein Institut der Mont Pelerin Society. Nicht mehr und nicht weniger. Ist einfach ein Think Tank, ein Arm dessen. Ich selbst sehe mich als wirtschaftsliberal, ohne jeden Zweifel, von daher kann ich das jetzt erstmal so nicht verurteilen. Ja, also kurz gesagt, was Kaspar hier sagt, er ist wirtschaftsliberal, das heißt, er möchte einfach, dass Konzerne schalten und walten können, wie sie wollen. Ja Kaspar, aber da brauchst du nichts ändern, das du sie doch schon. Dich pisst es nur ein, dass du und dein Land Opfer dessen werden. Ja, aber dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst einfach, okay, die Konzerne sollten nicht das alles machen und die ganzen Think Tanks sollten nicht das alles machen oder du machst einfach weiter wie bisher. Aber dann beschwere dich nicht über die Probleme, die ihr habt, weil du hättest gerne Kapitalismus, aber auf deine Art. Viel Spaß Bruder. Das ist gerade nicht so sinnvoll, wie der Kapitalismus auf ihre Art. Also weil man kann sich besser hinter Bokismus verstecken, als hinter Nationalismus. Und ja, das ist euer Problem. Ihr seid einfach, ihr habt ausgedient. Euer scheiß Nationalismus, den ihr da seit sehr langer Zeit betreibt, ist einfach nicht mehr gut zu verkaufen auf dem Markt. Deswegen haben sie sich halt auf den Bokismus gestürzt. Aber im Endeffekt, ja, so ist es. Teilen? Ja, aber ich meine auch... Ja, Kapitalismus, aber normal, ohne Scheiß. Selbst wir machen ja diesen WEF-Punkt nicht oft, weil das ja auch schon ein bisschen raus ist aus dem Aufertenfenster. Also es ist ein bisschen drin, aber es ist jetzt noch nicht so... Also du kannst jetzt dem Norm ja auf der Straße nicht erzählen, die sitzen alle im WEF-Forum und die kontrollieren hier. Also das funktioniert ja nicht. Vor allem, wenn du doch für liberale Dings bist. Was hast du gegen den WEF? Der ist doch voll liberale Wirtschaft. Es gehört zur liberalen Wirtschaft, dass du nie etwas besitzt, sondern alles ausleihst. Das ist sehr kapitalistisch. So kann man am besten profitieren als Kapitalist. Wieso bist du dann... Es ist doch eine Idee des Liberalismus. Oder eine Idee des Wirtschaftsliberalismus. Wieso hast du ein Problem damit? Mit Klaus Schwab und Co. ist doch gut. Oder was ist jetzt ein Problem? Zwar für Wirtschaftsliberalismus sein, aber dann, wenn Wirtschaftsliberale kommen und ihre Ideen umsetzen, dann nix gut. Ja, Kaspar, irgendwie ein bisschen kognitive Dissonanz haut hier rein, oder? Deswegen, Erwin muss diesen Punkt ein bisschen weiter ausführen. Dann kann ich das vielleicht sogar nachvollziehen. Erwin hat ihn ausgeführt. Wehe, ihr schaut euch das nicht an. Ich habe mir Mühe gegeben. Ich weiß nicht, ob er es tun wird. Ja, Dumi93, auch zum ersten Mal gechattet. Was ist denn los bei euch, dass ihr die Mont Pelerin Society nicht kennt? Mein Lieber, ich habe von der... Auch zum ersten Mal gechattet. Ja, und das ist jetzt das Wichtige. Sehr viele Leute von uns, sie hatten tausend Zuschauer und dann bin ich live gegangen danach und dann hatten sie auf einmal nur noch 700 Zuschauer. Das heißt, 300 Leute von uns waren bei ihnen drinnen und haben mitgeschrieben im Chat. Man sieht hier einige Leute, die man kennt in ihrem Chat, die man von uns auch kennt, die da einfach reingegangen sind und dann angefangen haben, einfach Fragen zu stellen und die einfach gesagt haben, ja, was ist mit euch? Und im Laufe der Zeit packt das Kaspar nicht und kann nicht damit so richtig umgehen und sagt so die ganze Zeit so, ja, was sind diese Leute hier, die sind voll anstrengend, woher kommen die? Ja, und das ist der Unterschied zwischen uns und den Pseudolinken. Die Pseudolinken sagen einfach so, das sind Rechte, wir haben keine Argumente und das sind Rechte, wir verpissen uns jetzt. Wir sind echt die Linke, wir haben fucking eine Menge Argumente. Wir haben like fünf Koffer voller Argumente, ja. Wir kommen einfach zu euch, wir scheuen uns nicht, wir haben keine Kontaktschuld, wir werden uns nicht gegenseitig verbrennen, wenn wir uns in den Chats sehen. Nein, 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 wir kommen hier und stellen euch einfach fucking Fragen, ja. Und sagen einfach so, hey, wie geht's euch? Was redet ihr eigentlich? Wieso kennt ihr den Shit nicht? Wir wissen, dass die WEF und die MPS die Bösen sind. Okay. Wer sind die Guten? Es gibt keine Bösen und Guten. Den Gedanken muss man verlassen, ja. Zwei- oder dreimal gehört, jedes Mal aus dem Mund von Erwin, ohne dass er irgendetwas dazu erklärt hätte. Ich befür... Kasper, schau mal, ich hab meinen Kanal seit drei Jahren, jeder, der bei mir abhängt, kennt diese Geschichte mit der Montpeleron Society. Okay, jetzt sind ein paar neue Leute da, aber ich hab das schon fünfmal erklärt, seit ich mit dem Kanal angefangen habe. Ich erklär das immer wieder und ich werd's immer wieder erklären. ich werd's immer weiter erklären, weil das ist das Wichtigste, was man verstehen muss. Wer das nicht verstanden hat, mit der Montpeleron Society, mit dem Neoliberalismus, mit der Unterwanderung der Demokratien, der wird nie verstehen, was Politik ist. Nie. Bei dir ist das ähnlich. Das ist ein Name, den wiederholst du einfach und sagst, ja, die sind total einflussreich. Du wirst mir das nicht nachweisen können. Die machen die Werbung dafür, dass wir Insekten fressen sollen. Machen die Werbung dafür, dass wir Insekten fressen. Hey, Kasper, es ist der freie Markt. Es bietet halt jemand an, dass ihr Insekten fresst. Und Konzerne produzieren diese Insekten. Und sie sagen einfach, fress diese Insekten. Und sie machen Werbung dafür, wie Konzerne das halt so machen. Und dann gehen sie einfach hin und dann kaufen sie sich die Politiker, schreiben die ganzen Gesetze, setzen das einfach durch und plötzlich musst du einfach Insekten essen. Das ist der freie Markt. Willkommen am freien Markt. Und jetzt stell dir vor, es gäbe nicht einmal Staaten oder Regierungen. Das heißt, sie könnten sofort hingehen und könnten einfach sagen, ich verdränge einfach alle anderen Firmen vom Markt. Es gibt nur noch Insekten für dich und du frisst nur noch Insekten. Du willst nicht? Na, dann verhungerst du. Und es gibt keinen Staat, der dann kommt und einfach zu dir sagt, so hey, aber er hat das Menschenrecht, dass er überlebt und etwas zu essen hat. Ist denen egal? Friss halt die Insekten. Das ist der freie Markt, Kasper. Du bist doch für Marktliberalismus. Dann iss Insekten. Ich bin gegen Marktliberalismus. Ich bin auch gegen Insekten essen. Aber tut mir leid, aber meine Gegenschaft gegen den Marktliberalismus ist die größere Chance, dass wir keine Insekten essen als eine Marktwörigkeit. Die Werbung dafür, dass wir auf Planwirtschaft zu steuern sollen, machen die Werbung gegen Privateigentum? Was machen diese Leute denn? Jetzt mal kurz und knackig. Bitte gib mir irgendwas. Ich habe das schon alles erklärt. Ich habe ihm sogar auch den Link hier in den Chat geschickt von der Montpelner-Norfer-Seite. Ihr solltet sich nicht mal anschauen. Aber jetzt habe ich es erklärt. Schaust dir halt an, Kasper. Ich habe alles erklärt. Die Mehrheit möchte keine Insekten in Teig wahren. Das wurde von der EU zugelassen. Sehr gut. Jetzt verstehst du, was das Problem mit Wirtschaftsliberalismus ist. Es ist scheißegal, was die Mehrheit will. Die ganze Zeit da draußen in der Politik jetzt gerade wird ständig Shit gemacht, den ihr nicht wollt. Ständig sagt man einfach, Moment mal, das Volk will ja diese Dinge nicht. Und trotzdem wird es durchgedrückt. Wie das? Naja, weil nicht interessiert, was das Volk will, sondern was die Konzerne wollen. Das ist, was interessiert. Das ist ja das Problem, was ein, wie heißt der, Martin Sonneborn von die Partei, der ja ins Europaparlament gegangen ist, um das aufzuzeigen, wie die EU funktioniert. Und dann sagt er einfach so, im Europaparlament gibt es mehr Lobbyisten als Politiker. Und dort wird einfach das durchgesetzt, was die Konzerne wollen. Und das ist, was ihr bekommt. Und jetzt geht wieder raus und macht Propaganda für den Kapitalismus. Aber dann beschwert euch nicht, was ihr kassiert. Weil das, was ihr kassiert, ist das, was ihr euch gewünscht habt. Nun versteht ihr das nicht. Weil man euch eingeredet hat, dass der Kapitalismus eigentlich in wirklich etwas ganz anderes ist, als das, was ihr hier erlebt. Ich habe es euch gesagt am Anfang, Kapitalismus ist die Clownswelt, die ihr hasst und bekämpft. Kapitalismus ist die Clownswelt. Aber das wollt ihr nicht sehen. Das ist aber die Realität. Was ist das Schlimmste, was diese Leute nachweislich planen? Gerne mit Link. Also wenn du denen vorwerfen kannst, dass die Wirtschaftsliberal sind. Deine vollkommene Versklavung, Kasper. Die Abschaffung deines Staates, die Abschaffung deiner Nation, die Abschaffung deines, der absolut von allem und die absolute Macht der Konzerne über die Menschen. Ja? Das. Gute Nacht, Lord. Dann bin ich natürlich raus. Dann ist die AfD unwählbar. Ja. Ich möchte, dass der Staat möglichst, genauso wie das Eigentum, zentralisiert bei der Regierung ist. Genau. Und der Staat auch möglichst mächtig. Also minimaler Staat oder so um Gottes Willen. Wer kann das nur wollen? Nein, die Neoliberalen wollen einen minimalen Staat, weil sie haben einfach riesengroße Konzerne. Ja? Und die Staaten stehen den Konzernen im Weg. Und sie wollen, weil die Staaten uns beschützen. Sie haben solche Sachen wie Konsumentenschutzgesetze. Sie haben solche Sachen wie Arbeitsschutzgesetze. Sie haben solche Sachen wie Urlaubsverordnungen, Krankenstandsverordnungen. Sie haben solche Dinge wie Sozialstaat, dass wenn du dir manchmal denkst, hey, ich will für dich nicht für drei Euro in der Stunde arbeiten, da bin ich lieber arbeitslos, als dass du mich hier knechtest oder ausbeutest. Äh, ja, für sowas gibt es den Staat, der beschützt dich dann. Der sagt, hey, du darfst dem nicht einfach ähm, bleieingereichertes Wasser als Erfrischungsgetränk anbieten. Das geht nicht, der wird sterben. Der Konzern sagt, ist mir scheißegal, soll er sterben, er soll zahlen. Und du kommst dann her und sagst einfach so, hey, was macht der Staat hier? Der beschützt uns? Weg mit dem Staat. Ein Minimalstaat? Cool. Weißt du, was ein Minimalstaat ist? Das ist das, was die Neoliberalen aus der Montpellier-Noce Society den Nachtwächterstaat nennen. Sprich, es gibt nur noch eine Polizei, die so wie in Judge Dredd ist, die einfach vollkommene, wie nennt man das, Schläger-Trupps ist, die einfach draußen herumläuft und die Interessen der Konzerne vertritt. Und der Konzern sagt dir einfach, setz dich hin und arbeite für mich und du sagst, nein, ich möchte einen Urlaub machen und er sagt, du hast keinen Urlaub. Und dann sagt er, arbeite für mich. Und dann sagst du, ja, aber ich wurde schon für den letzten Monat nicht bezahlt. Und dann sagt der Konzern, ja, und du wirst auch nicht mehr bezahlt werden, arbeite. Und du sagst, ich will nicht arbeiten. Dann kommt die Polizei und bricht dir die Beine. oder tötet deine Familie. Oder was sie schon in Ländern machen, wo es keinen Staat gibt, der das verhindert. Schau dir zum Beispiel an, wie man Gewerkschaftsführer und ihre Familien tötet, einfach in Südamerika. Auch berühmte Marken machen das. Ich will jetzt keine Namen nennen, aus rechtlichen Gründen. Aber berühmte Marken tun das. Sobald der Staat nicht eintritt, kommen die Konzerne einfach und töten Menschen einfach fucking durch die Bank. löschen die einfach aus. Und genau dafür unbewusst setzt du dich gerade auch ein. Nur weißt du das nicht, weil du keine Ahnung hast, was du redest. Du laberst einfach die Propaganda der Montpeleron Society nach. Und das ist verrückt. Hört auf damit. Informiert euch über die scheiß Montpeleron Society, über die Ideologie, die sie verbreiten und legt das ab. Weil dann werdet ihr verstehen, dass alle eure Probleme, die ihr heute habt, davon kommen, was die Montpeleron Society propagiert hat. Ich werde auf die schnelle nichts mehr von, wer war es gerade? Ich habe schon vergessen. Es war Dumi 93. Machst du doch gerade gut. Kaspar denkt, er wäre gegen den Staat, weil der aktuelle Staat ein Pseudor-Staat ist. Ja, aber wer hat den Staat gerade zum Pseudor-Staat gemacht? Ich verstehe ja, wenn Leute sagen, ich will keine Steuern zahlen, weil die bekommen sowieso irgendwelche korrupten Politiker, die dann sich in Pommespanzer verwandeln. Das will ich nicht. Ja gut, okay. Das finde ich verständlich, dass du nicht irgendwelchen korrupten Leuten, aber wer hat die Leute korrupt gemacht? Es ist der freie Markt und der Punkt ist einfach, der hat sie gerade korrupt gemacht, damit sie ihn abschaffen können, damit du dich dagegen stellst. Aber das ist dein letzter Schutz, den du hast vor den Konzernen. Auch wenn er dir nicht gefällt, aber das ist der letzte Schutz, den du hast. Wenn der Schutzwall fällt, dann bist du gefickt. Schau dir einfach an, was in Afrika passiert. Schau einfach an, was in Südamerika passiert. Das ist, was dir passiert, wenn der Staat dich nicht mehr vor den Konzernen schützt. Und dann gute Nacht. Ja, dann fucking gute Nacht. Und such dir den nächsten besten Link. Ja, würde mich interessieren. Der nächste beste Link wäre jetzt Wikipedia. Wollen wir Wikipedia machen, ist auch noch mit einem linken Einschlag. Die Montpelerin zu zeigen. Wikipedia mit linken Einschlag. Bitte, Kasper, komm schon, Alter. Das ist eine Naivität nicht zu überbieten, Alter. Linker Einschlag. Das ist das Problem. Das ist, wenn du einfach nicht checkst, dass Kapitalisten sich links sein, wie eine Haut übergezogen haben, einfach damit man nicht sieht, dass sie Kapitalisten sind. Es gibt keine Leute an der Macht, die links sind. Wie sollen Linke an der Macht sein? Das ist doch verrückt. Ja, ich sehe gerade alle drei zusammen. Christus schreibt bei Ihnen im Chat, Sie machen eure Propaganda. Generationen von wirtschaftsliberalen Ideen zu überzeugen. Habe ich nichts daran auszusetzen. Sie fungiert als zentraler Quotenpunkt. Na, Wikipedia schützt das System. Ja, ja, klar. Na, Wikipedia schützt einfach die Interessen des Imperialismus und des politischen Status Quo. Ja, ja, klar. Natürlich. Das ist, was die Wikipedia macht. Neoliberale Netzwerke. Okay, erneuert habe ich daran nichts auszusetzen. Jetzt werde ich mir nicht den ganzen... Natürlich hast du nichts daran auszusetzen, Kasper, weil du nicht verstehst, welche Auswirkungen du hast. Weil du einfach nicht verstehst, was einfach abgeht. Siehst du, und hier hast du unter Präsidenten, hast du James M. Buchanan, Herbert Giersch, die wir vorher gehört haben und so weiter. Ja, aber das sagt einem Kasper nichts. Weil ein Kasper scrollt einfach drüber und sagt, ja, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Ja, da schau, das vom MPS... Boah, warum ist das so eine schlechte Grafik, Alter? Kasper, auf was streamst du auf dem Gameboy? Weil ich will nur was nachschauen. Weil er scrollt einfach so ganz normal darüber, aber hier steht eigentlich Vernetzung, das vom MPS-Mitglied Montpellier-Norz Society, Anthony Fischer gestiftete Atlas Network, umfasst nach 35 Jahren 451 Free Market Organizations in 95 Ländern. Dieter Plewe und Bernhard Walten gaben 2004 eine Liste von 93 Denkfabriken in direkter Beziehung zu MPS-Mitgliedern an, wobei unter direkter Beziehung verstanden wir, dass mindestens ein MPS-Mitglied in einer offiziellen Funktion tätig ist und oder den Think Tank mitgegründet hat. Für den deutschsprachigen Raum nannten sie Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft, Stiftung Marktwirtschaft, Friedrich August von Hayek, Gesellschaft, Friedrich Naumann Stiftung, Walter Eucken-Institut. In Österreich gibt es auch ein Friedrich von Hayek-Institut und die Agenda Austria. Ja, genau. So ist das. Es gibt auch eine sehr interessante Seite, die ich euch nur empfehlen kann. Die Seite heißt Lobbypedia. Da schaut man sich an, wie diese Think Tanks und Co. operieren und wie sie die Demokratie aushöhlen. Und da könnt ihr euch durchlesen, wer die Leute sind, was sie so machen, was ihre Geschichte ist, wer alles dabei war. Da könnt ihr euch die Sachen. Vernetzung der Mitglieder. Hier haben wir wieder die aufgeführten deutschen Mitglieder. Roland Bader, Otto von Habsburg. Wer ist noch dabei? Kennt man irgendwen? Lars P. Feld. Den kennt man doch. Woher kennt man Lars P. Feld? Den kennt man doch. Derzeitiger Wirtschaftsberater der Regierung. Berater von Lindner. Von da kennt man ihn. Siehst du? Genau das ist, worauf ich rede. Ja, es ist was für ein Berater, Alter. Das ist der Punkt, von dem ich rede. Ja, wenn du dir diese ganzen Leute hier durchschaust, bin ich mir ganz klar, sicher, dass du hier genug Leute finden wirst. Ah, Roland Tichy ist hier übrigens. Da ist er ja. Mitglied des Kuratoriums bei der August von Hayek Stiftung. Hier ist Roland Tichy. Wen haben wir noch da? Da haben wir einige Leute, die da drin sind. Und da könnt ihr euch mal anschauen, mit wem sie alles vernetzt sind, wie zum Beispiel den Wall Street Journal, Adam Smith Institute und so weiter und so fort. Atlas Network ist natürlich eins der größten, benannt nach der, wie heißt sie, Ayn Rand und ihrer objektivistischen Ding Atlas Shrugged. Das ist eine Verschwörungstheorie, ab hier höre ich auf zu denken. Aber das ist das Problem mit deinem Kaspar. Der scrollt hier durch, so, was soll ich sehen, das ist alles based. Ja, es ist based, Kaspar, weil sie dir das Hirn gewaschen haben. Deswegen ist es based. Weil du die Verbindung nicht checkst, dass diese Leute verantwortlich sind für das, was du bekämpfst. Deswegen findest du es based, weil du keine fucking Ahnung hast. Weil du dich nicht damit beschäftigt hast. die durchlesen können. Rezeption und Kritik. Zehn Minuten und lese den scheiß Artikel, Alter. Nein, den Punkt muss ja Erwin ausführen. Also ich meine, wir stahl mannen ihn ja gerade. Ich glaube, ich habe den Punkt jetzt so scheiße ausgeführt. Wehe euch. Ich werde das nochmal zusammenschneiden. Sehr kompakt, so kompakt, wie ich kann. Und dann werde ich das alles auf YouTube veröffentlichen. Und wehe euch. Ihr ignoriert das. Und wir haben schon wieder eine Situation in einem Monat, wo ihr nichts davon weist. Das kommt zur Prüfung. Mehr oder weniger. Wir suchen ihm ja jetzt hier gerade sein bestes Argument raus. Also für mich klingen diese Leute... War da auch Starbatti in der Liste? Er war Gründungsmitglied der AfD. Ach was. War er? Schauen wir mal. War das Starbatti? Wo ist er? Da ist Joachim Starbatti. Europaabgeordnete Alternative für Deutschland und war jahrelang Vorsitzender der... Was bist du denn? Oha. Gutes Auge, Bruder. Gutes Auge. Starbatti ist Europaabgeordnete der Alternative für Deutschland und war jahrelang Vorsitzender der Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft. Hey. Die Alternative. Die Opposition. Die Antikommunisten. Die Clownswelt ist das, ihr das alles glaubt. Ja. Und dann ist das halt kein... Und jetzt sind wir nochmal zurück zu diesem, wo ich vorher gesagt habe, sie haben... Sie haben... äh... 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 die... ähm... Probleme in der Welt geschaffen und dann haben sie die Fake-Opposition gestellt. Und vorher hat man zu mir gesagt, äh... so, oh Erwin, das ist ja eine wilde Verschwörungstheorie, wovon redest du? Das habe ich auch dem Pütz erklärt. Und Pütz hat auch zu mir gesagt, so... Bro, komm, das ist jetzt eine schon, äh... ziemliche Verschwörungstheorie. Nein, Bro, das ist die scheiß Realität. Gutes Argument, mir zu sagen, aber die AfD, die ist da mit denen im Bett. Ja, ist sie. Okay, gut, was ja based ist. Ja. Ja. Genauso wie die Grünen mit ihnen im Bett sind und die SPD und die CDU. Ja, es ist based. Du findest es sogar based. Okay, Bro. Ich kann dir nicht helfen. Ich kann dir nicht helfen. Ich versuche dir zu helfen. Ich gebe mir größte Mühe, dir die Hand zu reichen und zu sagen, mach die Augen auf. Also normal, wenn ich nach deinem besten Punkt frage, dann ist das kein gutes Argument zu sagen, google einfach den ersten besten Treffer. Educate yourself. Genau, du wirst doch, wo jetzt noch kurz mehr einen Satz, also das WEF möchte letztendlich Privateigentum abschaffen. Die haben schon Werbespots geschaltet. You will own nothing and you will be happy. Die wollen Privateigentum abschaffen. Da steht irgendwas von antisozialistisch. Das ist natürlich schlimm. Der Sozialismus hat uns bisher nur Gutes gebracht. Gott seid ihr indoktriniert. Fuck! Ich poste hier wie will. So, Taki, sieben und... Fuck! Die zentralen, die zentralen Werte der Zivilisation sind in Gefahr. Der Gründungszweck der Montpeleron-Gesellschaft ist wieder hochaktuell. Es steht derzeit schlecht um Frieden und Freiheit. Dies ist eine... Oh, die NCZ. Google mal den Chefredakteur. Oder war das der ehemalige Chefredakteur oder der aktuelle? Google mal. Gerade, die sich seit 75 Jahren in der Montpeleron-Gesellschaft treffen. War bei der Gründung die Gefahr durch Stalins totalitarismus großes Thema, findet das Jubiläum vor dem Hintergrund von Putins Krieg statt. Okay, jetzt werde ich diesen Artikel nicht durcharbeiten können. Wir haben ja noch ein Video auf das reagieren müssen. Die Frage ist jetzt bei zumindest... Ich hoffe, du hast das nachgeholt, Kaspar, und hast dich ausführlich informiert. ...einem der Fans von Erwin, die hier gerade Kritik üben, dass wir davon nur noch nie gehört haben und so weiter. Bitte, ein kurzer, prägnanter Satz. So wie, das WF möchte Privateigentum abschaffen. Das WF möchte, dass du Kakerlaken-Mail ist. Gib mir irgendeine... Was glaubst du, was die Konsequenz der Ideologie ist, die die Montpellier No. Society vertreibt? Nichts anderes. ...was? Wenn der beste Punkt ist, die sind gegen Sozialismus, dann alles klar. Kann ich mich wahrscheinlich sogar hinterstellen. Dann kommen wir stellvertretend für Erwin die Tränen, aber dann ist man... Weißt du, das Schlimmste an der ganzen Geschichte ist, dass absolut alles, was du über Sozialismus weißt, von diesen Leuten kommt. Du hast keinen Gedanken über das Wort Sozialismus, der nicht von dieser, von diesen Thinktanks bereitgestellt wurde. Okay? ...was ja base ist. Ja, siehste hier, Lecker Pommes schreibt gerade, wie kann ich damit klingt nach einer geilen Gang? So, kommt jetzt noch irgendwas von den Kritikern hier? Bitte ganz... Tja, Lecker Pommes. Das ist schlecht gealtert. Also, das WEF fordert, das Privateigentum abgeschafft. Privat besitzt nicht Privateigentum. Weil wenn sie fordern würden, dass Privateigentum abgeschafft wird, dann wären sie auch gegen Konzerne und würden wollen, dass Konzerne enteignet werden. Und wenn du glaubst, dass das WEF, das von Konzernbesitzern gestiftet wurde, verlangt, dass man sie enteignet, ja, dann irgendwas, irgendwas... Think and you will be happy. Ja. You will own nothing and you will be happy. So, jetzt habe ich dir das gerade hingeschrieben und noch ein Zitat gesucht, was du suchen kannst und dann findest du direkt einen Treffer. also, das hat jetzt, weiß ich, 15... Nein, Kaspar, echt. Es gibt so simple Aussagen wie you will own nothing and be happy. Fuck, fast als hätte man die eine Spur gelegt von irgendwo, oder? Dass selbst ein Typ wie du sagst, schau, sie sagen es doch. Da ist doch alles klar. Erwin, sie sagen es doch. Bruder, für wie simpel hältst du die Welt? Für wie simpel hältst du einfach Manipulation und Propaganda? Für wie simpel hältst du Gehirnwäsche, die da draußen abgeht? Eine Sekunde gedauert. Jetzt bitte normal, das ist jetzt die letzte Chance. Junge, Junge. Ich will mich ja damit gerne auseinandersetzen. Ja, you belong, nothing, genieße Bugs, Kapitalismus in Kurzfassung, ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Dieses Rumwerfen mit Begriffen wie Sozialismus und Kommunismus ist mittlerweile so unerträglich geworden. Allein wie sie Kommunismus anhand einer Schulklasse definiert haben, was ja der Agitator ziemlich auseinandergenommen hat. Ich weiß, ich klinge jetzt wie ein Lilly, aber sie haben dringend mehr politische Bildung nötig. Alle Menschen, alle Menschen brauchen mehr Bildung. Wir alle brauchen mehr Bildung, aber sie brauchen wirklich mehr Bildung. Das ist nicht normal. Sie wissen nichts. Und echt, sie wissen nichts. Deswegen sage ich doch, erklär Kommunismus. Er sagt, you belong nothing. Er meint nicht sich selbst. Ja, ja, klar. Aber der Punkt ist einfach, das ist genau der Kapitalismus. Um was geht es beim Kapitalismus? Konkurrenz. Konkurrenz. Wir betteln darum gegenseitig, wer das bessere Produkt hat. Wenn du das bessere Produkt hast, schlägst du mich und verdrängst mich vom Markt und du gewinnst. wenn das einfach lang genug weitergeht, bleibt einer, der alles besitzt. Das ist die Logik. Wenn du es lang genug spinnst, gibt es dann nur noch einen, der alles besitzt und der andere besitzt. Das ist scheiße. Sie wissen nichts und sind glücklich. Nein, sie wissen nichts und sind unglücklich. Schreiben, das ist ein ganz schlimmer, gefährlicher Verein. Das ist ein bisschen wenig, wenn du den für so einen schlimmen, gefährlichen Verein hältst. Und es kommt irgendwie überhaupt noch nichts. Bro, eine Gefährlichkeit deines Vereins wird nicht dadurch bemessen, wie offensichtlich er agiert, sondern wie unoffensichtlich er agiert. Der gefährlichste Verein wird dir einreden, dass er nicht existiert, dass er nicht gefährlich ist oder dass er sehr basiert ist, wie in deinem Fall hier. Dass du hier an der Stelle ihn verteidigst. Ich meine, wie bösartig kann man sein, wenn man einen Typen, der sich daraus ein Geschäft gemacht hat, oder eine Lebensaufgabe, dass er Menschen aufklärt gegen die Leute, die ein Feind gegenüber seinen eigenen Leuten sind, also die Leute, die du angeblich beschützen willst, und du verteidigst sie hier gegen jemanden, der von außen kommt und sagt, hey, das ist der Feind, Kasper. Das sind die Leute, die gegen dich arbeiten. Das sind die Leute, die dir all die Probleme beschert haben, die du hast. Und du verteidigst sie. Ich glaube, bösartiger kann man nicht sein. Mehr Gegner kannst du nicht sein. Mehr gefährlich gibt es nicht. Es ist nicht einer gefährlich, der dir sagt, Juwelize, Bugs, und dann geht die alle auf die Barrikaden und sagt, ich will keine Käfer essen. Der ist nicht gefährlich. Gefährlich ist der, den du verteidigst, während der dich fickt. Das ist, wer gefährlich ist. Und du verteidigst gerade die, die dich am meisten ficken. Verstehst du? Obwohl ich ja gerade bewiesen habe, es dauert 15 Sekunden, mal kurz einen Punkt wiederzugeben und im Jahr von noch ein Zitat oder so. Ja, es dauert 15 Sekunden, weil das für Idioten ist. Wer, wer, der ernsthaft irgendeinen Scheiß da draußen abzieht, lässt dir ein Zitat liegen. Ich könnte dich ja auch fragen, Kaspar, wer hat Nord Stream 2 gesprengt? Komm, es hat doch sicher jemand ein Zitat hinterlassen. Come on, Bro. Sei nicht naiv. Danke. Kommt erneut ein, jetzt kommt ProTuber und Post. Ja, ja, WEF ist ein geworfenes Stöckchen. Absolut. Absolut. Kaspar sagt Kommunismus, meint aber Staatskapitalismus. Kaspar weiß ja die Hälfte der Wörter, die er benutzt nicht. Ja, das ist ja das scheiß Problem. Der sollte sich mal informieren, weil er informiert sich über irgendwelche Statistiken von Messerstechereien und irgendeinen Scheiß und das ist auch okay, das kann er auch machen. Ist eine gute Sache, soll er sich informieren. Alles, worüber man sich informiert, ist eine gute Sache, aber Bro, informier dich über die wirklich wichtigen Dinge, so bist du einfach nur ein Bauer auf dem Schachbrett. Ein Video-Dig, also, lieber Erwin, ich empfehle jetzt an der Stelle. Ich bin in den Chat gekommen und habe ihm das hier geschickt, was wir uns gerade angeschaut haben. Ich habe ihm das gerade geschickt, was wir gerade soeben gesehen haben. Ich stelle dieses Video hier, ich werde jetzt nicht auf ein 11 Minuten Video reacten, wo... Du musst nicht 11 Minuten auf das Video reacten, lass es einfach laufen und hör zu. ...kommunisten sitzen werden, die erzählen werden, wie schlimm der Neoliberalismus ist. Ich habe in einem Mangel... Ich schaffe mir nicht der Video, wo Kommunisten sitzen. Bro, genau, das ist genau so, als würde ich sagen, ich reagiere nicht auf euch, weil ihr seid ja einfach Nazis. ...von Zeit, darum gebeten, mal kurz hier ein knackiges Zitat oder ein Sachverhalt zu stellen in einem Satz und nicht ein 11-Minuten-Video. Das kann ich doch jetzt nicht bearbeiten. Wenn das Antikonisten sind, okay. Also ist es okay, ja. ...witzig. Don Juansohn, merkt es gerade an, ich bitte um einen Satz und von Erwin kommt ein ZDF-Video. Nee, Erwin, so einfach ist das dann doch nicht. Wie gesagt, vielleicht gucke ich mir die... Schau dir einfach die Quellenangaben an, schau dir die Facts an, die hier verbreitet werden. Es gibt hier einfach Fakten, die verbreitet werden. Schau sie dir an. Und überprüfe, ob die Fakten stimmen. Und du wirst sehen, sie stimmen. Absolut in allen Fällen. Und dann informier dich noch mehr über die Wompelsohn Society und dann verstehe, wie die Welt funktioniert. Die ist nicht so einfach, wie du sie dir vorstellst. Du lebst in einer Blase, Freund. Verlass die Blase. Scheiß dich immer an, ja. Und komm, das gibt es um ganz schlimmer Verein. Den WEF... Ja, ja, er will die Welt und absolut sozusagen die größte Verschwörung der Welt in unserer neuen Zeit möchte er einfach in einem Satz und einem Zitat erklärt bekommen. Das ist Kaspar. Quatsch ich dir madig in einem oder zwei Sätzen? Ja. Madig, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, genau deswegen ist es da, damit du es mir... Du brauchst nicht... Ich weiß, was es ist, aber der Punkt ist, du verstehst nicht das Ausmaß. Okay? Das Juppie-eats-the-Bucks, you will own nothing and you will be happy. So, weiter geht's. Ja, ja, genau. Jetzt hast du einfach deine ganze Weltsicht einfach dargestellt. Sehr simpel, Kaspar. Sehr simpel. Vielleicht tust du ein L hinten dran, dass du nicht mehr Kaspar, sondern Kasperl heißt. Dann passt das alles. Oder sind. Also bei der Hayek-Gesellschaft. Das ist ein Think Tank der Mont-Pelerin-Society. Die Mont-Pelerin-Society ist einfach ein... Was für einen Einfluss haben die denn heute? Also ich habe gelesen, da sind noch Genos dabei. Deren Einfluss scheint verschwindend gering zu sein heutzutage. Ja, total verschwindend gering. Warte, wer sagt das immer? Ah ja, stimmt. Die Mont-Pelerin-Society selbst sagt die ganze Zeit, dass sie ja gar keinen Einfluss haben. Stimmt, würde ich auch sagen. Ja, sie schreiben nur die ganzen Gesetze, die ganzen Verordnungen. Sie schreiben dir einfach die ganzen Geschichten, bestimmen den Wirtschaftsmarkt. Ihre Institute sitzen in jeder Regierung drinnen und beraten jede Regierung, machen alles, was draußen geht. Aber das ist halt nicht so leicht, wie zu sagen, eat the bugs und sich dann wieder große Widerstandsanführer vorzukommen. Aber ja, alles gut. Ja, also das bekomme ich so im medialen Mainstream nicht mit, dass die da den Ton angeben. Richtig, aber Vogue klingt dieser Fein nicht. Also von daher, die Journalisten sind halt die für die... Du verstehst nicht, dieser Fein ist alles. Er ist Vogue und nicht Vogue. Er ist Anti-Vogue, Pro-Vogue, alles, was du willst. Tichy schreiben oder was? Vereinigung von Neoliberalen. Ja, den Ton angeben. Richtig, Vogue klingt dieser Fein nicht. Also von daher, die Journalisten sind halt die für Tichy schreiben oder was? Die Journalisten, die für Tichy schreiben. Ja, Tichy selber ist einfach in der Montpellier-Nord-Society. und sie sind auch in der NZZ und sie sind auch bei der Bild und sie sind auch bei den Öffentlich-Rechtlichen und sie sind fucking überall, okay? Überall. Die eine Seite und die andere Seite. Das ist ja genau der Trick, von dem ich dir erzähle, den du nicht checkst, weil du dich nicht informierst. Ja, weil du hast ihnen einfach den großen Trick abgekauft, du hast ihnen den Trick abgekauft, dass es die eine Seite und die andere Seite gibt, die Woken und die Konservativen mit den richtigen Werten. Ihr seid beide einfach nur Pseudo-Linke und Pseudo-Rechte. Ihr seid die gleiche Seite einer Medaille und die Gesamtmedaille ist der Neoliberalismus, der euch einfach so hart fistet, dass ihr glaubt, dass ihr in der Position seid. Ja, dass ihr glaubt, dass wenn ihr gegen die Faust beim Fisten stößt, dass ihr die Opposition seid. Na, ihr helft bei eurer Fickerei mit. So sieht's aus. Danke, Snaps. Danke für den siebenten. Dankeschön. Vereinigung von Neoliberalen, die sozusagen die gesamte Wirtschaftspolitik oder die, sagen wir mal, die Welt, wie sie heute ist, beeinflusst haben. Haben schon. Haben sogar schon. Das ist ja doch einfacher, sich normalisch zu machen. Für was für negative Folgen? Ja. Folgen ist denn diese Montpellierer Society verantwortlich? Für absolut alles, was dich stört. Alles. Dass wir jetzt Kommunismus haben, oder was? Den wir ja gar nicht haben. Natürlich haben wir kommunistische Elemente in unserem Wirtschaftssystem, aber Total, sehr viele kommunistische Elemente, Bruder. Halt auch hart nicht kapitalistische Elemente. Sozialistische Elemente. Total, Bruder. Schule wäre ein Beispiel. Kapitalismus hieße, überlass die Leute sich selbst. Wer ein Kind in den Kindergarten gehen will oder in die Schule oder was, der muss dann halt gucken, wo ein entsprechendes Angebot findet. Wir halten uns als Staat da raus. Erwin schreibt hier, absolut alles, was dir am Sack geht. Also LGBT haben die auch erfunden, oder was? Dass Mann und Frau nichts mehr bedeutet, kommt auch aus deren Denkschule, oder wie? Ja. Weißt du, wen die Montpellierer Society und die Neoliberalen gepusht haben? Die 68er-Bewegung. Weil sie gesagt haben, wenn wir es schaffen, die Familien zu destabilisieren und die klassische Rollenverteilung zu destabilisieren, dann haben wir mehr Kontrolle über die einzelnen Menschen und können jeden Einzelnen für sich ausbeuten. Die Neoliberalen haben die 68er-Bewegung gepusht, weil sie gesagt haben, die große Individualisierung ist genau das, was wir brauchen. Weil wir wollen ja den Leuten erklären, Individualisierung ist gut, Kollektivierung ist scheiße. Dass nur die Konzerne davon profitieren, ist ein anderes Ding. Aber ja, 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 ihr lacht darüber, aber informiert euch doch einmal ein bisschen. LGBT wäre doch niemals so erfolgreich gewesen, wenn es eine Bewegung gegen das Kapital wäre. Ja, natürlich. Das ist ja der Punkt. Es lenkt ja vom Kapital ab. Kaspar schaut begeistert auf die Karten, während die Kartenspieler ihm die Uhr abnimmt. Absolut. Genau das ist der Punkt. Das hast du schön gesagt, ja. Haben die Landwirtschaft erfunden? Die planwirtschaftliche in der LGBT haben die auch erfunden, oder was? Dass man und Frau nichts mehr bedeutet, kommt auch aus der... Ja, ja, dieses Pushen des Genderns bin ich mir 100% sicher, dass es von ihnen kommt. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht belegen, aber ich bin mir 100% sicher, dass es von ihnen kommt. Denkschule oder wie? Haben die Landhornscheid erfunden? Was haben sie erfunden? Also LGBT haben die auch erfunden, oder was? Das Gendernmengen. Dass Mann und Frau nichts mehr bedeutet, kommt auch aus der... Landhornscheid? Was ist das? Denkschule oder wie? Haben die Landhornscheid erfunden? Achso, die Enzfrau. Aha, 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 aha. Aha, nein, sie ist einfach nur eine logische Folge von dieser Indoktrinierung, die sie rausgelassen haben durch ihre Medien, ja. Planwirtschaftliche Energiewende, die kommt auch aus. Ja, ja, sie haben also kurz gesagt, um das alles schön zusammenzufassen, ja, sie sind verantwortlich für den Kulturkampf, bei dem ihr einfach um die Wette verblödet, ja. Ist der ein Fehler oder was? Ein Käufer und sein Einkaufsfreund. Okay, weiter geht's. Das heißt, diese Geschichte, wie wir sie heute... Okay, MPS will mehr Privatisierung, was ja based ist, Steuersenkungen, was ja based ist, in Klammern für Konzern und Reiche, was wahrscheinlich sogar in Teilen based ist, aber da müsste man sich dann... Ja, Kaspar, privatisiere alles und dann wundere dich, warum du nichts mehr mitbestimmen kannst. Und privatisiere einfach alles und wundere dich, warum es ein Shithole-Country ist. Privatisiere alles und wundere dich, dass du jetzt einfach auf einmal irgendwelche Insekten fressen musst. Sie checken echt gar nichts, naja, eh nicht. Detail drüber ab, nicht ab, sondern unterhalten und Sozialstaatsabbau, was ja based ist. Privat ein Klammern. Ja, schafft der Sozialstaat ab, aber wie pflanzen sich dann Deutsche weiter fort? Privatisiere alles, ja, aber wie hast du dann dein Land noch unter Kontrolle? Das heißt, Kaspar möchte hier sein Land, sein Volk und alles andere aufgeben, was ihm angeblich so wichtig ist. Er möchte eigentlich all das verraten und freigeben. Das hat er jetzt gesagt. Wenn man das einfach versteht, ist es genau das. Jetzt hat auch jemand geschrieben vorhin, ich würde dich verstehen, wenn ich auch reich wäre. Ich bin nicht reich. Ich hab nur neulich, mach ja auch meine Steuer für den Kanal, ich kann so ungefähr, boah, ein Drittel bis die Hälfte kann ich abdrücken an den Staat. Kann ich abdrücken. Ja, da redest du aber von der Einkommenssteuer. Das ist noch was anderes, ja. Machst du ja noch schön einen auf Mehrwertsteuer, dazu machst du noch einen auf diese Steuer und diese Steuer. Wenn du vielleicht ab und zu mein Auto fährst, dann hast du noch schön Mineralölsteuer und so einen ganzen Scheiß dabei. Du machst CO2-Steuer, du machst Genussmittelsteuer, du machst Erbschaftssteuer. Etwas, was ich schon verdient habe und auch versteuert habe, muss ich versteuern, wenn ich jetzt meinen Leuten abgeben möchte, die mir nahestehen. Das ist ein Verbrechen. Ja. Das ist ein Verbrechen. Und es ist übrigens auch denkbar dumm. Ja, Steuern sind scheiße. Steuern zahlen, buh. Und, was jetzt, was ist euer fucking Punkt? Kein Mensch zahlt gerne Steuern. Dass Erbschaften auf Summe X begrenzt werden sollten oder die Erbschaftssteuer erhöht werden sollte. Jetzt mal angenommen. Jetzt mal angenommen, machen wir ein Extrembeispiel, weil es dann schön deutlich wird. Die Erbschaftssteuer läge bei 100%. Glaubt ihr allen Ernstes, dass Multimillionäre dann ins Gras beißen und 70 Millionen auf dem Konto haben? Oder finden die Mittel und Wege, die Kohle dann halt zu verprassen im Zweifelsfall, damit sie eben nicht Leuten zugutekommt, die gar nichts dafür getan haben, im Gegensatz zum Beispiel zu den eigenen Kindern. Die immerhin die eigenen Kinder sind. Gut. Wir kommen ruhig weiter. Okay, nachdem, natürlich kommt ihr nicht weiter. Aber nachdem du dumme Fragen stellst, zeige ich dir mal was kurz. Hier ist zum Beispiel ein, ja, Veränderung des verfügbaren Einkommens nach Haushaltseinkommen. die Schätzungen zum direkten Vergleich, was die Steuerpolitik der jeweiligen Parteien ist in Deutschland. Okay? Das sind die unterschiedlichen Steuerparteien in Deutschland, also Parteien, und welche Auswirkungen die Steuer hat. Das heißt, wir haben hier auf dem Spektrum die Linke und dann haben wir auf dem anderen Ende des Spektrums haben wir die AfD. Okay? Und die AfD, wenn es nach der AfD geht, dann hätten die ersten vier kein Zugewinn und kein Verlust an Steuern. Das heißt, die würden, hier steht, auf der linken Seite steht, welches Einkommen. Ja? Und hier steht, wie viel Zugewinn du bekommst. Das heißt, bei der AfD würde sich bis 45.000 oder bis 40.000 Entschuldigung, nichts ändern. Würde sich absolut nichts verändern. Bei den Linken hättest du 10% mehr, 11% mehr, 7% mehr, 7% mehr. Unter die ersten vier fallen fast alle Arbeitnehmer. Genau. Die ganz Reichen würden bei den Linken extrem viel verlieren. 18%, 24% bei der AfD würden sie 8% dazugewinnen. Also wenn wir von Steuern reden, dann wählt die Linke, weil da habt ihr am meisten Vorteile. Wenn ihr nicht gerade 150.000 oder mehr habt. Also nur ein Tipp von mir. Da ist die AfD nicht die richtige Partei für euch. Mit Erwin weiter. Heute sehen wir, die Welt, die da draußen ist, all das, was sie eben Clownswelt nennen, wurde von Bermond Peleron. Echt, ja? Die haben Lan Hornstein erfunden, oder was? Die haben es erfunden, dass wir seit 5, 6, 7, 8 Jahren geltendes Recht ignorieren und du uns Millionen, Millionen von Menschen ins Land holen, die unserer Gesellschaft nicht gut tun. Das ist alles der Mont Peleron Society geschuldet? Ich hab da so meine Zweifel. Da kann ich nicht Und dann ist Merkel auch noch mit, äh nicht Merkel, dann ist Weidel auch... Natürlich hast du deine Zweifel, weil da müsstest du dein ganzes Weltbild hinterfragen. ...noch Mitglied? Ja. Und steht... Nein, Merkel ist kein Mitglied, soweit ich weiß, aber Merkel hat in ihrem Beraterstab einen von dort gehabt, ja. Positionell. So wie jeder andere auch. Über. Ich verstehe das nicht so ganz. Ich find das komisch, also wenn die... Also entweder spielt Erwin hier schon das übelste Verschwörungs-4D-Schach, dann können wir halt gar nicht mehr über diese politischen Themen reden. Ähm, also wenn die Mont Peleron Society, wo auch Alice Weidel irgendwas mit zu tun hat, weil sie sich gerade... Ach so, ja, aber sei es drum, nehmen wir mal an, sie wäre da. Und sie würde jetzt irgendwie genau das machen, was sie wollen, ja. Und sie hilft ja eigentlich sowieso denen, die auch das verursacht haben, was wir jetzt hier haben. Warum versuchen sie die dann so sehr zu vernichten, wo man schon darüber redet, was Höcke auf der Beerdigung seines Vaters gesagt hat, das haben wir ja vorhin geredet. Warum mit diesen Mitteln dann gegen die kämpfen, die ja eigentlich das wollen, was die Machthabende eh wollen? Oder willst du... Weil ihr sie sonst niemals als Opposition kaufen würdet. Ja. Das ist die, die von oben hineingesetzte Fake-Opposition in Form der AfD. Und dieser ganze, dieser ganze mediale Todeskampf, der da gekämpft wird, der ist auch alles nur Fake. Alles klar, Erwin, dann mach ich hier meinen PC aus, dann lass ich's. Dann lass ich's, dann müssen wir nicht mehr über die Themen reden. Du musst es nicht lassen. Du kannst dich mir anschließen und versuchen über die Leute aufzuklären, also über die Mumpel in our society und über die Machenschaften, die wirklich draußen stattfinden. Schließ dich mir an. Sehr gerne. Ich mag euch Leute. Mach mal kurz den PC aus, also mach nicht diese ganzen Folgen, vielleicht informier dich vorher kurz und dann schließ dich uns an. Finde ich gut. Ja. Diese Eliten kontrollieren hier im Grunde genommen mehr oder weniger alles, außer die Medien, die kontrollieren sie gar nicht. Die Politik, die kontrollieren sie gar nicht. Nein, 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 nein. Und die Unternehmen, die kontrollieren sie gar nicht. Nein, Freund. Zuhören, zuhören. Das ist das, was das heißen würde. Okay, weiter geht's. Erschaffen. Und die Leute... Wenn der Antrag der AfD stimmt, heißt es noch lange nicht, dass sie insgesamt... Schreibt er gerade im Chat. Doch, doch. Doch, doch, schreibt er. Also ich hatte mit allem, was ich gerade gesagt habe, recht. Also die AfD... Ich wiederhole nochmal, was ich gesagt habe, Erwin. Die AfD ist also eine von den Machthabenden installierte Fake-Opposition, die auch nur fake-mäßig bekämpft wird im medialen Mainstream und mit den schmutzigsten Waffen, die denen zur Verfügung stehen, wo man Höcke ein Zitat vorlegt von der Beerdigung seines Vaters. Ja, mit diesen Mitteln bekämpfen die diese Leute und das ist im Endeffekt und das ist im Endeffekt alles ein gesteuerter Fake, um die Leute davon abzulenken, dass Frau Wagenknecht in Wirklichkeit die richtige Opposition ist, oder was? Lass das mit der Wagenknecht weg und ich sage, joa, basically, ja. Ich sage nicht, dass Wagenknecht jetzt die echte Opposition ist, das lassen wir mal raus. Aber, aber, das weiß ich nicht. Aber, ja, so würde ich das mir vorstellen, ja. Richtig. Das ist der Plan. Und da du gerade wieder bei uns bist, Prototopia, nochmal kurz meine Frage. Das kann ich nicht nachvollziehen. Du bist jetzt der Alleinherrscher in Deutschland. Das kann ich nicht nachvollziehen. Ich weiß, das ist die echte Red Pill. Jetzt sind wir gekommen bei der echten Red Pill. Ich habe schon so oft gesagt, dass die Rechten hier nicht Red Pill sind. Sie halten sich für Red Pill, aber sie sind nicht Red Pill. Das ist die echte Red Pill. Schluck diesen Shit. Wenn du, ich weiß, das ist eine riesengroße Red Pill, so, bis jetzt habt ihr die Red Pill als Zäpfchen verwendet, aber schluck die mal. Braucht viel Wasser dazu. Die ist gut. Und dann siehst du, was wirklich abgeht. Und dann, dann reden wir nochmal. Jetzt schreibt Erwin, informiert euch. Hör bitte auf mit diesem Educate Yourself. Ja. Ja, aber fucking Educate Yourself. Was wollt ihr machen? Ich habe euch einfach einen Link reingeschickt. Ich habe euch Videos gemacht. Ich habe euch gesagt, informiert euch darüber. Was heißt Educate Yourself? Was willst du von mir? Dass ich in den Chat komme zu euch und einfach euch die Welt erkläre, die ihr nicht versteht. Du hast sogar die Frage gestellt, meinst du, es ist alles gestellt und ich sage dir ja. Und dann sagst du, komm, erklär in den Chat. Nein, ich erkläre dir das nicht in den Chat. Geh, informier dich. Ich habe dir alle Infos gegeben, die du brauchst. Ich kann nicht für dich, schau mal, wie Morpheus schon richtig gesagt hat, ich kann dir die Matrix zeigen oder die Tür zeigen, durchgehen musst du selber. Ich kann nicht für dich durchgehen. Das musst du schon selber machen, Kumpel. Du baust da echt besonders clever echt so ein großes politisches 4D-Schach-Ding auf. Da musst du irgendetwas, also das musst du besser ausführen. Aber glaubst du nicht, dass die Welt, glaubst du wirklich, dass die Welt so unterkomplex ist, dass sie nicht auf 10D läuft? Was für ein 4D-Schach. 4D ist noch zu wenig. Was glaubst du, wie simpel und banal die Welt ist? Junge. Björn, und das kann man sicherlich auch nicht hier im Live-Chat. Ich weiß aber nicht, ob du es hier im Video tun wirst. Ich rede seit drei Jahren darüber, es gibt genug Info, wenn man will. Alles klar, weiter geht's. Ja, genau, das sage ich. Ich schreibe das in den Chat. Ich sage, ich rede seit drei Jahren darüber, es gibt genug Info, wenn man will. Ja, ihr wollt nicht. Ihr wollt einfach in eurer kleinen Blue Pill Blase leben. Na, ich werde euch einfach, ich werde euch so lange damit piesacken, bis ihr aus eurer scheiß Blase rauskommt. Ja, weil ihr seid einfach, ich mag euch, ihr seid, ihr seid coole Leute, ihr seid fähig, ihr habt was da auf die Beine gestellt, ihr seid aufgeklärt, ihr wisst, wie man Leute aufklärt. Wir brauchen euch auf der Seite, wo ihr über die Montpeleron Society redet, wo ihr die wirklichen Dinge angeht. Ja, ihr müsst aus dieser scheiß Blase aussteigen und ihr müsst die, die Dinge sehen, wie sie wirklich sind. Dann erst können wir wirklich was verändern. Ja, und ich meine, nicht in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Das habe ich vorher schon gezeigt, ich kann es gerne noch einmal zeigen, weil ich glaube, dass das ein sehr wichtiger Punkt ist, nämlich die Geschichte ist folgender, da steht, weil das AfD vorfällt, um Schlomo und Clownswelt hier gerade den Eindruck erwecken will, Wagenknecht hätte für die Impfpflicht gestimmt. Das stimmt so nicht. Jetzt bin ich gespannt. Also an was mich nur undern kann, ist, dass es da irgendwie weg ist. Ja, du sagst, komm doch nun endlich komplett zu uns. Ich kann nicht zu euch kommen, weil ihr einfach falsch liegt. Eure Seite, eure Seite checkt einfach nicht, was wirklich abgeht. Ja, ich kann nicht zu euch kommen. Ja, ich will auch nicht, dass sie, dass sie, äh, weiß nicht, ich will einfach, dass sie rauskommen aus diesem Bullshit. Okay? Deswegen, als ich weggegangen bin von dem Pseudolinken, hat man so gesagt, ah, cool, Erwin kommt zu uns. Nein. Nein. Ihr seid beide kontrollierte Seiten. Ich kann nicht von einer kontrollierten Seite zur anderen gehen. Das ergibt für mich keinen Sinn. Das ist kein Red Pillen und das ist kein Aussteigen und das ist kein Base Sein. Base Sein ist, wenn du aussteigst aus dem Scheiß Spiel. Ja, aber die sind nicht aus dem Spiel ausgestiegen und ich will ihnen helfen, dass sie aus dem Spiel aussteigen. Deswegen mache ich diese Reaction hier. Ich mache nicht die Reaction. Früher habe ich Reactions gemacht, um sie zu debunken. Das mache ich jetzt nicht. Diese Reaction mache ich, dass ich ihnen helfen kann. Das ist, warum ich das mache, weil ich ihnen helfen will, weil ich sie da rausholen will. Lasst uns doch alle einen Schritt aufeinander zugehen. Ich gehe ja schon. Ich sage, ich will helfen. Ich reiche alle Hände und sage einfach, kommt raus da. Ich bin gesellschaftlich auch konservativ, aber wirtschaftlich liegen sie aus meiner Sicht daneben. Ich werde mich niemals auf die Seiten von Konzernen oder Kapitalisten stellen. Ja, du, absolut. Das ist das, was ich sage. Mir ist es egal, ob du progressiv oder konservativ bist. Mir ist es egal, ob du jemand bist, der sagt, ich möchte eine Ehe haben oder eine Beziehung haben mit gleichgeschlechtlichen Leuten oder mit Transpersonen oder das ist deine Sache, das interessiert mich einen Scheiß. oder ob du sagst, ich bin eher so der Traditionelle, ich möchte eher in der Küche stehen oder was auch immer, ich weiß auch nicht. Hau rein, ey. I don't give a fuck. Das ist dein scheiß Problem. Aber bei Kapitalismus, da müssen wir uns einig sein. Das muss klar sein. Weil diese Leute sind sich auch darin einig, dass sie uns praktisch versklaven wollen. Ja? Dass sie uns vollkommen entmachten wollen. Und wir müssen da zusammenhalten. Wir müssen da einfach zusammenhalten. Wir müssen uns da wehren dagegen, dass wir einfach zu Opfern werden. Das ist sehr wichtig. Ja, ich versuche ihnen die Hand zu reichen und zu sagen, check das. ... oder so was Möglichkeiten gab, wo sie in irgendeiner Form mit abstimmen können, gegen die Impfpflicht, gegen die Maßnahmen, gegen die Corona-Politik im Großen und Ganzen. Und da hat sie sich, ich glaube, wie war das, fünfmal enthalten, gar nichts gesagt, war nicht da oder so, hatte keine Zeit an den Tag und einmal, glaube ich, dagegen gestimmt. Ist das klar? Ja, wenn der Antrag von der AfD kam, hat sie dagegen gestimmt. Da war also die Solidarität mit den Genossen... Ja, aber bei den zwei Hauptanträgen hat sie dagegen gestimmt. Also gegen eine Impfpflicht hat sie zweimal gestimmt bei den wichtigsten Dings. Und, ja. ... und Genossinnen-Ends war wichtiger als die Freiheit für die Leute, die man dort immer in seinen Reden halt, ja, da muss man ja über Populismus reden, so angepriesen hat. Aber da waren dann doch... Aber das sind alles irrelevante Unterhaltungen ab jetzt. Ich wollte eigentlich nur auf dieses Montpell-Rodding reagieren und über dieses, was es heißt, eine Fake-Opposition und was die echte Opposition. Eine echte Opposition muss, eine echte Opposition muss gegen das herrschende Prinzip des kapitalistischen freien Marktgedankens sein, sonst ist sie keine Opposition. Wie gesagt, du kannst nicht einfach einen Islamisten haben und dann kommt ein anderer Islamist und du sagst, dieser Islamist ist die Opposition. Nein, er ist doch auch Islamist. Ich rede in den Terms, die diese Leute verstehen. Genauso ist es bei Kapitalisten. Du kannst nicht in einem System, das problematisch ist und wo der Kapitalismus dich zugerichtet hat, von oben bis unten hinkommen und sagen, ja, der andere Kapitalist ist die Opposition. Opposition zu was? Von was? Zu wem? Was redest du? Also, ich hoffe, das wurde jetzt verstanden. Ja.